Hi, hier ist Alf Minzl und ihr hört Niemals Erste Liga. Hallo und herzlich willkommen zu Niemals Erste Liga Folge 24. Ja, uns gibt es auch. Es hat lange gedauert, bis wir nach dem Saisonabschluss uns nochmal hier zusammen getroffen haben. Jetzt sitzen wir hier bei charmanten 35 Grad in Sonnjahns Küche und plaudern jetzt nochmal so ein bisschen über die gerade zu Ende gegangene Saison. Und das kündige ich auch schon gleich mal an. Noch nicht über die neue Saison und auch noch nicht über Kaderveränderung, also zumindest noch nicht über Neuzugänge. Da gibt es jetzt eh noch nicht so viel zu berichten. Das heben wir uns auf für eine nächste Folge, die nicht so lange dauert, also in nicht allzu ferner Zukunft kommen soll. Wir haben es jetzt mal vorgenommen für in zwei Wochen. So, genug der Vorrede. Ich begrüße an ihrem eigenen Küchentisch Sonja Wiegel. Hallo Sonja. Hallo Gunnar. Und natürlich in unserer Mitte Michael Weberer. Hallo Micha. Gute Gunnar. Servus Sonja. Habe ich dich immer mit Nachnamen gesprochen und Sonja nicht? Doch, nee, Sonja Wiegel habe ich gesagt. Ich bin schon wieder total lause Konzeptistin. Du darfst das sagen, wie du willst. Ja, das ist ja. Die Leute kennen dich ja eh. Eigentlich muss man mich ja gar nicht mehr vorstellen. Wer bist du eigentlich? Ja, guter Schmied. Auch mit deinem Mikrofon. Ich setze mir jetzt mal den Kopf ab, dann höre ich euch auch ein bisschen besser. So, genau. Also, die Saison ist ja für den SVW eigentlich schon eine ganze Weile vorbei. Wir wollen aber, und wir waren auch frustriert, ich gebe es gerne zu. Aber das hindert uns nicht daran, doch nochmal ein bisschen Paroli laufen zu lassen. Oder wie hieß das? Revue passieren zu lassen. Ja. Und es hat sich natürlich eine Menge angesammelt in unserem All-Leap-Liepings-Segment. Sonja war natürlich reichlich unterwegs. Was hast du uns denn alles mitgebracht? Ja, ich glaube, ich mache es diesmal ein bisschen kürzer, weil es ja wirklich... Wir haben jetzt viel lang nicht aufgenommen, sechs Wochen oder so. Ja, kommt hin. Und es waren natürlich noch schön viele Spiele. Ich verdichte es, glaube ich, mal ein bisschen. Muss aber erwähnen, Mainz 2 gegen Stuttgart 2, was eigentlich scheißlangweilig klingt, was so ein Spiel wäre, was ich jetzt gar nicht erwähnen würde. In der Regionalliga Südwest war das. Aber das Spannende daran war, dass der Ausgleich für Mainz gefallen ist in der Nachspielzeit durch den Torhüter mit der Hacke. Ah, sehr schön. Also, der ist schön mit vorletzter Freistoß und so. War leider auch gar nicht in der Wahl zum Tor des Monats am Ende drin. So was? Also, das hätte eigentlich da reingehört. Und ich habe ja das Video davon auch geteilt. Da haben irgendwie alle geklatscht auf der Tribüne. Also, ich komme ja nicht in die Verlegenheit, eigentlich Mainz zu mögen. Ich war mit jemandem da, der eigentlich Stuttgart-Fan ist. Aber da konnte man gar nicht anders. Das war einfach ziemlich geil. Schlagt euch in den Armen. Wir haben geweint. Wir haben geweint. Na quer in der Luft. Wir haben gefragt, wie der heißt, damit wir alle unsere Kinder nach ihm benennen können. Ja, dann habe ich noch ein bisschen in Holland rumgemacht, in der fünften Liga rumgemacht. Kann man, glaube ich, ein bisschen überspringen. Aber nicht in der holländischen fünften Liga. Nee, noch nicht. Das kommt aber, glaube ich, nicht. Nee, ich war dann noch in der Bundesliga bei Mainz gegen Freiburg. Schon wieder Mainz? Ja, aber bei der ersten? Ja. Das war ja ein Montagabendspiel. Also, da war ja sonst wirklich nichts. Ah, Montagabend, natürlich Mainz, Freiburg. Ja, was macht man da sonst? Ich war auch im Freiburg-Block. Also, dieses Stimmungsgedöns bei Mainz, das wollte ich mir nicht antun. Ja. Also, die lagen mir da nicht so nah. Aber es war ja dieses Spiel mit diesem sensationell dämlichen Videobeweis. Ach, wo die zur Halbzeit... Genau. Also, ich kam relativ spät und stand dann so blöd an der Ecke die erste Halbzeit und dachte dann so, Halbzeit nutze ich mal, um mir irgendwie besseren Platz zu suchen, wenn die alle Bier holen gehen und die Leute gingen dann aufs Haus und haben mir oben irgendwie einen anderen Platz gesucht, mich da kurz hingesetzt und dann hörte ich irgendwie, weil die ganze Zeit lief das Halbzeitprogramm, also auf der Videowand irgendwelche Werbung und so und dann gab es irgendwie Unruhe und er mich wieder aufgestanden hat, mir das angeguckt und dann habe ich nur gesehen, wie der Schiedsrichter halt quer über den Platz läuft zu seinem komischen Bildschirm und ich sage, was ist jetzt los? Und eigentlich das Einzige, was ich mir da in dem Moment erklären konnte, war so eine Tätlichkeit auf dem Weg in die Kabine. Und dann gibt der Elfmeter. Der Bildschirm ist quasi auf der gegenüberliegenden Seite vom Spielertunnel. Genau, der war irgendwie da auf der Gegentribünenseite, diese Review Area, wie das so nett heißt. Review heißt das ja. Review, also sein Bildschirm. Das war echt so, das war sehr komisch. Ja. Also vor allem das live zu erleben, wo du wirklich überhaupt nicht weißt, worum es jetzt gerade geht. Man weiß ja eh schon, wie so richtig was passiert jetzt da bei diesem Video-Bereis als Stadion-Zuschauer. Und dann gibt es Elfmeter, der Elfmeter war natürlich berechtigt, darum geht es ja auch nicht in dem Fall. Aber also, wenn man dann merkte, okay, den muss ich jetzt aus der Kabine holen, weil die Mainzer standen alle noch da, die haben das wohl irgendwie auch schneller mitgekriegt, das war ja auch was für sie. Und bis dann Freiburg kam, das hat ja ewig gedauert. Ja gut, dass Freiburg nichts mitkriegt oder so tut, als würden sie ihn übrigens spielen, das ist ja bekannt. Ja natürlich, aber als Spieler, ich meine, da sitzt er halt da. Es ging ja jetzt nicht nur um Pedersen so, hallo, sie haben gerade einen Elfmeter gegen sich bekommen, ja, habe ich nicht gehört. Ja, genau, da zählt es auch nicht. Giltet nicht. Ja, da warst du ja bei einem legendären Spiel. Sozusagen, ja. Das ist ja auch besser als Kieslitz Phantom-Tor damals. Oder Helmers. Für die Älteren unter uns. Ich habe ja beide live gesehen, also beide live am Fernsehen. Ich kann mich an beide erinnern. Wobei, bei Helmer tatsächlich den Videobeweis hätte er gebrauchen können. Ja, das wäre recht eindeutig dann zum Tor erklärt worden. Aber Kiesling, glaube ich, hätte so Schwierigkeiten gehabt, das irgendwie rechtzeitig zu rekonstruieren. So ein Kieslingspiel wollte ich eigentlich nach der Arbeit. Da hätte aber vielleicht die Torlinientechnik geholfen, je nachdem. Ja stimmt, die hätte natürlich angezeigt, der ist drin. Ja, richtig. Nee, eigentlich nicht, weil das geht doch nur, wenn es durch das Gehäuse. Echt? Achso. Ich meine, dass die Sensoren schon so sind. Aber damals, als das eingeführt wurde, war das, glaube ich, extra die Frage. Achso. Da gehen die echt davon aus, dass das Netz kaputt sein kann. Theoretisch, wenn sie so einfach... Spätestens jetzt. Ja, gut. Na gut. Okay. Nee, ein Jugendspiel überspringen wir mal, weil das gleich noch Thema wird. Okay. Dann noch ein bisschen Regionalliga West war ich unterwegs. Irgendwas Besonderes? Irgendwas Besonderes? Irgendwelche speziellen Grounds, die vielleicht erwähnenswert sind? Eigentlich überhaupt nichts Besonderes. Okay. Aber das sind jetzt auch keine irgendwelchen alten, abgeranzten Stadien, die früher mal irgendwie höherklassig unterwegs waren oder so? Ich weiß nicht, was die in Gladbach in dem Grenzlandstadion, was da mal gespielt wurde, weil das irgendwie doch so ein bisschen älter und mit Laufbahn ist. Ah, ich dachte, das wäre ein Neueres, dass die da mal für die zweite Mannschaft tatsächlich gebaut hätten. Also es sieht nicht aus, als wäre das frisch gebaut. Ich kenne es nicht, ich war nie da. Ich kenne nur den Namen. Okay. Ja, genau. U19-Hessenbuker, da gehen wir auch nicht weiter drauf ein. Beim Pokalfinale war ich in Berlin, wie eigentlich immer. Ja, da gehe ich eigentlich auch nicht. Da sollten wir drauf eingehen, auf jeden Fall. Nein, auf gar keinen Fall. Das ist ja ausnahmsweise mal gut ausgegangen für mich. Ich bin weiter hochgefahren nach Dänemark, erst ein Zweitligaspiel geguckt. Sekunde, du sagst es wie eigentlich immer, also jetzt das zweite Mal. Ich war dreimal schon da in Berlin. Ich war auch 2006 dabei. Ah, 2006, ja, richtig, genau. Ja, stimmt. Ja, okay. Genau, und dann wollte ich mir eigentlich angucken, wie Bröndby dänischer Meister wird. Ah, hast du gedacht. Und das ist irgendwie komplett in die Hose gegangen. Aber das war die Woche doch vorher schon immer einmal, oder? Eigentlich hat es sich die Wochen vorher angedeutet, die sind erst Pokalsieger geworden und hatten eigentlich aber zwischendurch fünf Punkte Vorsprung, also vier, fünf Spiele, vier Spiele vor Schluss. Dann haben sie ein Derby unentschieden gespielt, dann waren es noch drei Punkte Vorsprung, dann haben sie gegen den direkten Konkurrenten verloren, was die erste Niederlage seit August war. Das ist das gestern mit Midtjylland. Midtjylland, genau. Dann war es das mit dem Vorsprung. Ja, dann hatten sie nur ein paar Tore Vorsprung und dann hatten sie eigentlich ein relativ leichtes Auswärtsspiel freitags. Also war aber dieses Pfingstwochenende freitags, war der vorletzte Spieltag, Montag war der letzte. Und dann hatte Midtjylland schon nachmittags schon gewonnen, als sie dann abends in Horsens gespielt haben. Da hatte ich eigentlich ein Ticket, früher habe ich dann wegen Berlin, musste ich es halt anders machen. Und dann habe ich es aber auf der Zone geguckt und die führten 2-0, Bonpi und alles war irgendwie geil. 90. Minute, 1-2 durch so einen blöden Freistoß und dann kriegen sie in der letzten Minute das Ding noch rein. Und für die anderen ging es wahrscheinlich um nichts mehr, oder? Nein, für die ging es um gar nichts mehr. Die haben aber gefeiert, als wären sie selber Meister geworden. Ich weiß gar nicht, was das für Penner waren. Was ist das für Penner? Gegen den Reportmeister zu gewinnen, das ist für die wahrscheinlich auch was. Sie können sich doch am Ende der Saison nicht hängen lassen einfach. Ja, eben in der Liga. Genau. Ja, dann rate mal, gegen wen Midtjylland am letzten Spieltag gewonnen hat. Gegen die? Ja. Waren die einfach besser. Ich sage dir was, was bei Brünn wie schiefgelaufen ist. Da waren vorher die ganzen Personalthemen, Torwart geht, geht nicht. Ja, bestimmt. Das hat ihm bestimmt total aus dem Tritt gebracht. Oder bei den anderen hat Solskjaer mitgespielt. Hast du das nachgeguckt? Bei Horsens spielt, glaube ich, keiner. Der Verwandt ist mit. Also zwei Tore, kurziger Schuss. Das ist immer verdächtig, ne? Das hätte jetzt nicht sein müssen. Ach, das ist dreckig. Nee, aber Brünn wie hat dann auch im letzten Spiel, die sind ja alle parallel gewesen, dann sind nur 1-1 gespielt. Was mich auch irgendwie so total geärgert hat, weil Mann, wenn du dieses Spiel gewinnst, dann hast du noch eine Chance auf die Meisterschaft, wenn das andere halt irgendwie, ja, das andere Spiel ist 1-0 ausgegangen. Und wir als WN-Fans wissen ja, es kann passieren, dass irgendein völlig Unbeteiligter auf einmal da noch ein Tor schießt gegen einen direkten Konkurrenten. Das kann passieren. Das gibt's. Und dann ist man auf einmal da und kann feiern. Aber Brünn wie ließ sich irgendwie so hängen, dann den Ausgleich so erst so in der 89. gemacht, immer so um den Strafraum getänzelt, aber nie richtig reingekommen. Und auch die Fans waren, glaube ich, noch so geschockt von diesem Freitagserlebnis, weil die waren auch mit Tausenden halt da. Ja, dass irgendwann war ich der Lauteste auf der Tribüne geschrieben. Jetzt kommt's, es gibt mal irgendwie Gas. Auf dem nicht? Nein, aber es ist ja auch wurscht. Aber alle anderen um mich rum halt irgendwie so, oh, es gibt eh nichts mehr zu gewinnen. Das hat mich irgendwie, ich weiß nicht. Okay. Ein bisschen komisch. War kein schönes Ende für deren eigentlich ziemlich geile Saison. Du musst zorniger doch explodiert sein. Ich glaube, die haben wirklich alle noch total geschockt gewirkt von diesem Freitag. Okay. Warum? Und ich kam da halt so in völliger Euphorie dahin. Ich glaube, da auch nicht reingepasst irgendwie an dem Tag. Oder wird zorniger auch schon irgendwie, wird der Nachfolger von, wer weiß nicht, in Aue. In Aue, ja. Aue wäre das. Das glaube ich nicht. Also, den könnt ihr alle mal seiner Freundin auf Instagram folgen. Die kriegst du nicht mehr aus Dänemark raus. Aber die sind jetzt verwatzelt. Gerade ein Kind gekriegt und alles. Ja gut, das ist ein Grund nach Hause zu kommen. Genau. Da muss man doch wieder hier die Heimzonen, Großelternweg und Treuung. Ja, so klingt das nicht. Aber die mögen den da auch total. Also, ich meine, wenn du so einen Verein findest, der dich so geil findet, sollst du auch nicht so schnell wieder gehen. Sie hörten das Pläuille für... Also, Schaeffler. Man sieht, dass Sonja einem Trainer ein schwaches Saisonfinish auch verzeihen kann. Ja, genau. Jein. Wenn er den Pokal holt, ist es okay. Das gilt für beide, ehrlich gesagt. Haben die doch das Pokalfinale? Ja, das war ja vorher... Das war vorher schon. Ah. Das hat den, glaube ich, so meisterschaftsmäßig auch ein bisschen das Genick gewonnen. Wie ist eigentlich das Schweizer Pokal? Was haben die auch verloren? Und? Nein, nein, das haben die gewonnen. Das haben sie gewonnen? Ja. Das war vorher schon. Ja. Wie ist das in der Schweiz jetzt eigentlich ausgelaufen, das Pokalfinale? Ich glaube, der neue Eintragstrainer hebt sich noch so ein bisschen was auf. Das heißt, er hat das Pokalfinale verloren? Ja, genau. Ah. Ja, schau mal an. Zum Glück hat man es nicht vorher verkündet und sonst hätte er sich vielleicht nicht auf die letzten Spiele konzentrieren können. Ja, Bern hat es ja mitverkündet. Das war ja abgemacht. Tja, er hat ja auch einen Titel. Ja, er hat ja auch einen Titel. Ja. Aber... Es ist ja immer gut für Mannschaften, wenn die Trainer kriegen, der vorher einen Titel geholt hat. Dann freut man sich ja auch. Ja, das stimmt. Das ist besser auch für die neue Mannschaft, dass der ein bisschen die Spieler das wäre Respekt. Das kommt davon ab. Lüft da oben. Ja, gesagt. Okay. Und dann sehe ich hier noch in der Liste Gänzheim gegen Hessen 3-Eich. Das ist dann... Das war jetzt dieses Wochenende. Die hatten den letzten Spieltag Hessen-Liga. Ah ja, die haben jetzt noch... 3-Eich steigt ja auf. Haben aber beim letzten Spieltag verloren, wie ich sehe. Ja, die waren ja schon längst durch. Die waren schon durch, genau. Ja, aber müssen die nicht auch noch eine Aufstiegsrunde spielen? Nee, der Meister steigt ab. Der Meister nicht, nee. Ja, genau. In die Regionalliga oder so? Genau. Ja. Ja. Und ich war tatsächlich gestern dann noch in Griesheim bei der U19, Griesheim gegen FSV Frankfurt, wo der FSV Frankfurt Meister in der Hessen-Liga geworden ist. Also sozusagen Nachfolger vom SVB in vom letzten Jahr. Aha. Und wie ist da die Aufstiegsregel? Wir gehen jetzt auch in Aufstiegsspiele. Ja, wir gehen noch Aufstiegsspiele. So wie das ja bei uns letztes Jahr auch war. Ach stimmt, richtig. Ich erinnere mich. Genau. Und unser 17. Gespräch war nachher. Ja, genau. Ja. Jetzt erzähl du mal dein Groundhopping-Erlebnis. Ja. Ich habe immer nur eins, immerhin. Ich war mit den Bayern in Madrid beim Halbfinale-Rückspiel. Das ist ja immer, habe ich ja schon oft genug erzählt, immer schwierig genug Karten zu kriegen. Ich wäre auch gerne vorher schon nach Istanbul und ich wäre auch gerne nach Sevilla gefahren. Da war ich wohl noch nicht und da habe ich wohl keine Karten gekriegt. Hattest du nicht auch eine Karte fürs Hinspiel, hast du gesagt? Ja, genau. Und dann habe ich jetzt für das Halbfinale sowohl für das Hin- als auch für das Rückspiel Karten bekommen. Und das war dann doch ein bisschen viel so jetzt mit der Orga und das ist, weil auch das Heimspiel ist ja dann doch trotzdem irgendwie anderthalb Tage Urlaub quasi. Und dann habe ich mich dann fürs Rückspiel entschieden und den Ausflug nach Madrid. Ich war zwar schon mal um Santiago Bernabeu, aber das ist schon lange her. Da kam auf jeden Fall ein zweites Mal hin. Und das war auch ein sehr schöner Ausflug. Jetzt ist halt auf den Umstand, dass halt am Ende ein Tor gefehlt hat. Die Bayern hätten ja durchaus gegen Ende noch das 3-2 machen können und ins Finale einziehen. Ist leider nicht passiert. Aber insgesamt war es schon fantastisch. Also das Stadion ist natürlich großartig und bei so einem Spiel, da wird es dann auch richtig laut auf beiden Seiten. Also Bayern auswärts sowieso, aber auch die Heimfans, die haben dann auch richtig Alarm gemacht. Also das war schon richtig groß. Also war auch ein tolles Spiel. Also an sich kann man nicht viel Schlechtes sagen. Ich hatte vor dem Spiel auf 2-3 getippt. Tatsächlich. Und als dann 2-2 stand, habe ich so gedacht, oh, das wäre aber jetzt doch mit Schlecht. Hast du nur getippt oder auch gewettet? Das wollte ich auch gerade folgen. Aber offiziell verkündet in den diversen WhatsApp-Gruppen. Aber na gut, wir wussten, irgendjemand musste, also real wurde ja durchgewogen. Von einem nach dem anderen. Ja. Hol das Ding wieder. Ja, komm, ihr schießt nicht selber, dann machen wir Hauen wir zuvor in der Sonne rein. Ja, sehr schade. Andererseits war es knapp, als ich gedacht hatte. Ich hatte befürchtet, die gehen halt irgendwie in Führung und unsere kriegen gar nichts zustande. Aber gut. Ja, aber knapp ist doch immer scheiße. Also zumindest in meiner Wahrnehmung. Ja, das ist besser, als wenn du da abgewatscht wirst. Echt? Andererseits ist es wiederum besser, im Halbfinale auszuscheiden, als das Finale zu verlieren. Das habe ich auch schlafen genug. Das sehe ich ja grundsätzlich auch so. Das versteht ja meistens keiner. Ne. An der Stelle vielleicht gerade noch ein Podcast-Gruß raus an die Erfolgsfans, den FC Bayern München Podcast von uns allen. Die Jungs habe ich vor dem Spiel getroffen und durfte dann ein paar schlaue Sätze, oder auch nicht so schlaue Sätze, durfte auch ein bisschen was beitragen zur Berichterstattung vor dem Spiel. Nach dem Spiel, wir haben uns in der Flughafte wieder getroffen, aber da hatten sie dann schon ihre Jammer-Tour dann schon aufgenommen. Es war noch nicht so ganz nüchtern irgendwie. Also es ist ein bisschen schwer zu hören, die Folge. Wer es sich trotzdem geben möchte, einfach auf erfolgsfans.com. Ich glaube, es ist die letzte Folge. Ich glaube, seitdem gab es jetzt keine mehr. Ja. Ja, dann empfehlen wir direkt noch den Eintracht-Podcast hinterher. Das muss nicht sein. Natürlich. Bitte auch. Ja, gut. Ich habe noch nicht reingehört, aber die haben jetzt eine Saisonabschluss-Folge mit Henni Nachtsheim aufgenommen. Das habe ich gelesen, ja. Habe ich mir aber für die nächste Autofahrt respektiert. Das ist nicht mein Humor. Ich habe so ein bisschen Angst. Ich habe da diesen Trailer gesehen und ich mache das ja auch immer gern, diese ganzen Bandsatz-Sprüche und sonst irgendwas im täglichen Leben. Aber wenn du da halt neben einem von den Jungs dann stehst und dann die ganze Zeit diese Sprüche, ich glaube, der ist dann, ich weiß nicht, wie witzig der das dann noch findet. Also da habe ich jetzt so ein bisschen Angst, ob das nicht ein bisschen mehr Fremdschämen dann ist am Ende. Aber du kannst es ja auch anhören. Die Jungs können eigentlich nichts falsch machen. Ja, naja gut, okay. Die sind ja noch irgendwie im Adrenalinrausch hier oder Endorphinrausch. Ja, gut. Und Micha, auch irgendwas beizutragen in unser kleines Konferenz? Ich habe nur was klar gemacht für nächste Saison. Das müsste dann eigentlich nur die Saison-Ausblick-Folge. Ja, genau. Dann nehmen wir uns das noch für die nächste Saison. Wir machen eine Ground-Hopping-Sektion in der Ausblick-Folge. Da muss ich mir aber auch noch was überlegen. Echt? Nee. Ja, was du so vorhast. In der Zeit kannst du schon mal... Habe ich schon erwähnt, das war mein hundertstes Spiel gestern. Mein hundertstes Live-Spiel diese Saison. Diese Saison, ja. Dreistätig. Hut ab. Wenn man alle Lieben mitzählt. Ja, alle Spiele. Ja. Also ich für meinen Teil habe wahrscheinlich noch nicht mal hundert Spiele gesehen. Also inklusive Fernsehen. Hm, glaube ich. Wirklich? Ja gut, ich habe ja... Machst du mal. Hören Sie mich ja live beim Denken zu. Ich würde nicht drauf wetten, aber es könnte sein. Also ich sicher nicht. Na ja, zählt ja die WM noch dazu. Ja. Ist das eigentlich noch alte Saison? Ja, die geht noch. Für mich wäre das noch alte. Die Spieler sind zumindest noch angestellt beim alten Verein, aber... Ja gut. Also ich finde, es überlappt so ein bisschen jetzt auch in meiner Erzählung, wenn zum Beispiel Wehen ja auch schon bald wieder anfängt und Testspieler hat. Das zählt für mich dann trotzdem zur neuen Saison. Ja, genau. Das ist die neue Mannschaft und neue Saison, alles die Planung geht schon los. Dann wird ja dann auch keiner von den alten Spielern mehr eingesetzt, auch wenn die noch offiziell bis zum 30. Das wäre lustig, oder? Bis zum 30.06. noch Vertrag. Das wäre geil, du hast ja noch Vertrag, du kickst jetzt noch dieses einen Testspiel hier mit, wir haben noch nicht genug Leute. Und weh, du steckst dich nicht an. Genau. Gehalt kürzt. Ganz genau, dann kürzt man nochmal auf den letzten Monat das Gehalt. Ja, okay, dann würde ich sagen, dann sprechen wir doch auch mal über die letzten Spiele, für die es nicht so viele Prämien gehabt hat. Oder ein Spieler, der sich einklagt, weil er noch Vertrag hat. Ich will aber dieses Testspiel noch mitspielen. Ja gut, darauf hat er ja kein Recht. Er könnte höchstens halt irgendwie auf Training. Muss er trainiert werden. Training irgendwie, das kannst du glaube ich einklagen. Das war doch irgendwie so ein Thema. Das ist cool. Seit Aua angefangen hat, so lustig zu klagen. Ja. Aber ich habe da ein paar Ideen. Das hat sich ja dann praktischerweise erledigt. Aber gut, da sprechen wir gleich noch mal kurz drüber. Ja, also. Wir haben zuletzt aufgehört mit dem, was war das, die Niederlage? Ja, gegen Münster oder sowas, ne? Ja. Genau, und da war schon klar, wir sind gerade in einem üblen Abwärtstrend, nachdem es vorher der März so gut gelaufen war. Und dann, ja warte mal, da waren noch gar nicht, das waren zwei Spiele, glaube ich, bis dahin. Das war das Würzburg-Spiel zu Hause und dann Münster-Auswärts, die wir verloren hatten. Und das Pokalspiel zwischendrin noch, ne? Genau, das ist, was ja so halb geschenkt wurde. Da war noch eins, was wir verloren haben. Wir haben nur verloren. Ich meine, wir haben sechs Stück in Folge verloren. Nee, nee, nee. Aber mit Pokalspiel waren es, glaube ich, sechs Spiele, die wir verloren haben. Naja, die haben wir, ist egal. Also, bei uns geht es jetzt hier weiter mit Magdeburg. Freitagabends Heimspiel gut voll. Was waren es? Ich glaube, so knappe 7.000, 6.000, 8.000 oder so was in der Größenordnung, meine ich. Klar, davon waren 3.000 Magdeburger. Aber andererseits waren es ja dann auch 3.700 oder 3.800 W, was ja auch schon deutlich über den Schnitt liegt. Also, von daher war es schon eine ganz gute Atmosphäre. Was leider nicht so schön war, dass Magdeburg gewonnen hat. Die sind ganz in seine Führung gegangen. Ich glaube, zu Hause war es, glaube ich, noch 0-0. Ja, zweite Halbzeit. Zweite Halbzeit und als dann auch noch das 2-0 fiel, da war es schon nicht mehr so schön. Es kam noch direkt im Anschluss, oder was ich glaube, im direkten Gegenzug. Die nächste Aktion war dann genau der Anschlusstreffer von Schäffler. 1-2, aber dabei blieb es dann. Ja. Genau, also die Ausgangslage war ja, dass Magdeburg auch der Punkt gereicht hätte. Und ich hatte so das Gefühl, dass es schon so ungefähr auf Augenhöhe ablief in der ersten Halbzeit. Aber ich hatte dann in der zweiten Halbzeit das Gefühl, dass die dann ein bisschen das Tempo angezogen haben und dann auch relativ schnell das Tor gemacht haben. Und ich glaube, das 2-0 war dann ein Konter. Also 0-2 war dann ein Konter. Und klar, da hast du da direkt den Anschluss gemacht und hat es dann nochmal eine Chance, auch mitunter ganz gute Chancen auszugleichen. Aber letztlich hast du dann halt schon auch gesehen, warum Magdeburg eben deutlich vor uns stand in der Tabelle oder dann etwas noch deutlicher vor uns gestanden hat nach dem Spiel. Und ja, da war ja die Befürchtung, dass wir, wenn wir vorher die Spiele, die Punkte liegen lassen, dass man dann eben gegen die Top-Teams gewinnen muss. Und das war dann eben auch nicht so. Genau. Der direkte Aufstiegsplatz war damit dahin. Also es stand dann halt schon zu dem Zeitpunkt, was war das dann, irgendwie vier, fünf Spiele vor Schluss dann schon fest. Also vier kamen dann noch, genau, dass Paderborn und Magdeburg direkt aufsteigen würden. Für uns ging es dann nur noch darum, um den Relegationsplatz im Zweikampf mit Karlsruhe. Ja, dann die Woche drauf, Auswärtsspiel in Rostock. Ja, haben wir, haben sie eigentlich ganz gut begonnen. Chancen gehabt, allerdings nicht genutzt. Und dann ist Rostock mit einzelnen Führungen gegangen, in der ersten Halbzeit war das auch. Und ja, und dann haben die auch, war das auch noch in der ersten, ich glaube in der zweiten Halbzeit, haben die das 2.0 nachgelegt. Und spätestens dann war es, war es rum. Also hatten sie dann auch, ja, also wie gesagt, war zwar der Wille erkennbar und sie hätten durchaus da auch in Führung gehen können, aber auch über neun Minuten halt dann auch zu wenig, um da zu gewinnen. Ja, vor allem danach, meine ich, war es dann eigentlich auch nicht so, dass du denkst, okay, diesmal reißen sie auch noch das alles ein, irgendwie so wohnt sich das noch. Wie es manchmal in früheren Spielen ja schon passiert ist irgendwie, wo man sich dann vom Rückstand halt eben nicht hat aufhalten lassen. Und der Glaube war dann irgendwie, okay, das war dann auch die, weiß nicht, vierte, fünfte Niederlage am Stück. Da war dann irgendwo dann auch wahrscheinlich mal dann so das Selbstbewusstsein aneinander oder das Selbstvertrauen dann ein bisschen angeknackst. Ja. So, dann ging es ins vorletzte Heimspiel gegen Zwickau. Da musste dann irgendwie gewonnen werden, damit überhaupt noch irgendeine Chance hatten, noch am Rennen zu bleiben. Ja, für mich war es da gedanklich eigentlich schon durch, muss ich sagen. Also ich hatte die Woche vorher schon irgendwie so fatalistisch getwittert, so, ja, Platz 4 ist auch okay und dachte mir dann in dem Moment, okay, wenn wir heute gewinnen, das war das drittletzte Spiel, dann ist Platz 4 safe. Das fand ich jetzt irgendwie so als erstes Ziel relativ wichtig. Worüber du mich sonst gerne verspottest, ja? Ja, ich weiß, wir hatten am Anfang der Saison so eine Folge, da hast du gesagt, Platz 4 wäre ja am Ende auch okay und da habe ich gesagt, wenn du Vierter bist, willst du aber auch Dritter sein. Ja, klar, das muss man aber auch dazu sagen, da ging es mir darum, bis zum Schluss mitzuspielen. Ja, das haben wir dann auch geschafft. Ja, das ist so gesehen eigentlich auch geschafft. Deswegen dachte ich, okay, es wäre, also, es hätte ja auch noch alles dahin gehen können für uns. Richtig, also man hätte sich noch komplett in den Nesseln sitzen können. Und das wäre ja dann richtig heftig gewesen. Und deswegen war das schon so okay, es hätte, parallel hat ja, glaube ich, KSC gegen Paderborn gespielt, da hatte ich noch so ein bisschen die Hoffnung, dass Paderborn es halt irgendwie gewinnt. Es ist ja dann 0-0 ausgegangen, in dem Moment waren wir eigentlich klar, okay, gut, das war es jetzt wahrscheinlich, aber gut, haben wir halt trotzdem dann gewonnen jetzt. Ja, da war vielleicht noch ganz interessant, das war anfangs eine ganz, ganz wilde Aufstellung. Irgendwie, da waren, weiß ich, fünf Spiele oder sowas, die nicht so auf ihrer Position gespielt haben. Leuch war zum ersten Mal seit Ewigkeiten in der Startelf oder überhaupt, ich glaube, zum ersten Mal seit dem ersten Spieltag. Ja, abgesehen vom Pokalspiel. Ja, genau. Und der spielt dann rechts hinten, dafür dann Kuhn dann links und wer war denn im Mittelfeld? Weiß ich, im Minzel, dann glaube ich, dann links Offensiv, Dittgen im zentralen Mittelfeld und sowas, das war irgendwie, war ich schon sehr durch den Handel und wir hatten uns das Anfang angeguckt und dann, das funktionierte gar nicht so gut. Und dann hat es, glaube ich, ich weiß nicht, so nach einer halben Stunde ungefähr, hat Reben dann umgestellt. Ja, es gab dann so eine Verletzungspause und dann sah es irgendwie aus wie mal Volleyball, wenn alle so eins weiterrücken. Ja, genau, richtig. Ja, genau, einmal in die Position weitergerückt, genau. Und danach haben sie das Spiel dann auch besser in den Griff bekommen, ging dann aber trotzdem noch 0-0 zur Pause. Dann wurde Schäffler, der ja vorher verletzt war, wurde eingewechselt und da dachten wir auch, okay, entweder schießt er uns jetzt zum Sieg oder wird nach fünf Minuten für letztes ausgewechselt und das war es dann mit der Saison. Ja, aber wie es aussieht, stand es ja auch wirklich so auf der Kippe, ne? Nach allem, was sie nach dem Paderborn-Spiel dann erzählt haben, war das ja wohl ein riesiges Risiko, denen zu bringen. Ich meine, es hat sich an dem Tag wirklich gelohnt dann auch, aber es hätte halt auch echt schief gehen können. Genau, also er hat tatsächlich dann einen Doppelpack gemacht und wurde dann kurz vor Schluss dann auch wieder ausgewechselt für Oma Timović, der dann zu seinem ersten Einsatz kam und der dann prompt auch noch das 3-0 machen durfte. Also das war dann, sagen wir mal, rundum gelungen. Ja, und da konnte man sich noch Hoffnung machen. Wir waren dann wieder bis auf einen Punkt an Karlsruhe dran. Ja, um aber tatsächlich was zu reißen, wäre es dann nötig gewesen, dann im nächsten Spiel in Paderborn was zu holen oder am besten zu gewinnen. Oder war klar, dass du, wenn du nicht punktest, der KSC gewinnt, dass es dann vorbei ist. Genau. Ja. So kam es dann. War es dann auch. Genau. Um 1-3 in Paderborn verloren, Karlsruhe hat gleichzeitig gegen, was war es, gegen Aal? In Aal. Zuhause gewonnen. Ne, auch Ausland. In Aal zuhause gewonnen. In Aal ist richtig. Wahrscheinlich stimmt's. Stimmt's eigentlich nicht. Ja, genau. Gut möglich. Waren wahrscheinlich viele Karlsruhe dort. Von daher hat sich dann die Relegation dann einen Spieltag vor Schluss dann auch für uns erledigt gehabt. Minzel hat da mal ein Tor geschossen. Das ist vielleicht noch eine Erwähnung wert. Und haben wir vielleicht auch nicht, haben wir vorher nicht gesagt, Minzel hatte gegen Magdeburg sein 300. Das Drittligaspiel. Da konnte man halt irgendwie mit der Niederlage nicht so richtig feiern. Dann ging es ein bisschen unter. Ja, trotzdem geilster Typ. Ja, aber es war ja dann auch schon so, dass du selbst nach der Niederlage gegen Magdeburg warst ja immer noch vor Karlsruhe. Ja, weil die an dem Spieltag, ich glaube, zwei Tage später oder so, ja auch daheim nur einen Unentschieden hatten. Auf dem 0-0 oder so. Du warst dann Punktgleich, du warst dann Punktgleich. Aber die hätten uns überholen können und haben es irgendwie verraten. Das war dann gegen Rostock. Ja, genau. Dann haben wir, glaube ich, gegen Rostock 0-0 gespielt. Und erst mit der Niederlage in Rostock bist du dann ins Hintertreffen geraten. Und ja, muss ich aber auch sagen, also Zwickau war wirklich, da hättest du wirklich hinten liegen müssen. Das war wie wir in Rostock. Die haben wirklich gut angefangen, unsere komische Aufstellung. Hast du wirklich auch da auf der Tribüne gestanden, was ist mit dieser Mannschaft passiert? Ja, unser alter Freund Ronny König hat da ein paar Chancen gehabt. Ja, also, dann kam Schäffler und dann hat er denen alle in den Arsch getreten und dann ging es, ja. Ja. Genau. Das letzte Spiel gegen Ahlen zu Hause war dann sportlich bedeutungslos. Die Ahlener hatten offensichtlich auch schon keinen Bock mehr, also von denen kam gar nichts. Unsere haben sich wenigstens soweit bemüht, dass wir da zu einem ungefährdeten 2-0 kamen. Dann Brandstetter und Andrich in seinem letzten Spiel für uns haben die Tore geschossen. Das war so ein Doppelschlag kurz hintereinander in der ersten Halbzeit irgendwann mal. Da dachten wir, ja gut, vielleicht gibt es wenigstens zum Saisonabschluss dann nochmal irgendwie nochmal ein paar Tore zu sehen. Aber dann die zweite Halbzeit, die drohte dann mehr oder weniger aus. Gab dann dafür dann Freibier und die Spieler kamen dann halt so. Ist auch toll, es gab wieder Freibier, aber für alles andere musste man bezahlen. Da bin ich als Anti-Alkoholiker auch wieder ganz schön am Eimer. Ja, das hat beim Fußball nichts zu suchen. Nee, überhaupt nicht, überhaupt nicht. Leute, die keinen Alkohol trinken. Und Frauen, raus, raus. Aber sehr schön fand ich, wie Volker, unser Fanbeauftragter, hat sich da irgendwann so reingekniet, dass er mit so einem Bauchladen durch die Leute gelaufen ist und Freibier verteilt hat mit so einem Bauchladen. Und das auch wirklich so voller Hingabe und strahlend gemacht. Also er hat da so seine neue Berufung gefunden gleich. Könnte er demnächst auch mal einen Blog machen. Gerade bei Hauswärtsspielen vielleicht, das geht ja für alle wiederholen. So viele sind es ja da nicht. Ja, dann können jetzt hätte er das machen können. Ich fand es aber interessant, dass es vorher nicht angekündigt war. Wird es nie, aber gab es immer. Ja, ich erinnere mich auch, dass es das letzte Mal so war. Ich habe es aber auch irgendwo, wo habe ich es denn gehört? Also vor dem Spiel habe ich es auf jeden Fall schon gehört. Ja, ich auch. Aber du willst ja Leute ins Stadion kriegen. Wenn du dann irgendwie schreibst und danach wird noch mit der Mannschaft gefeiert und es gibt Freibier, dann kommen eher noch mal ein paar Leute. Ja, vielleicht kommen dann aber Leute, die sich das rausrechnen, okay, ich zahle jetzt 10 Euro Eintritt irgendwie. Das saufe ich mir aber wieder raus. Also ich finde es okay, wenn sie dann was ankündigen, dass danach noch irgendwie Saisonaufklang mit der Mannschaft ist. Das mit dem Freibier muss man nicht explizit reinschreiben, weil dann vielleicht auch so ein paar Nasen kommen, die das Ganze, ja, wo es dann nicht ganz so schön ist. Die nicht so kultiviert saufen wie wir alle. Ja gut, also bei mir war es ja tatsächlich so, dass das erste Spiel und das einzige Spiel, das Heimspiel, das ich die Saison verpasst habe. Aber sportlich bedeutungslose Spiele. Ja, nee, also es war dann halt familiär nicht gepasst, aber es war dann, habe dann auch nicht groß darum gekämpft, weil, ja, war dann einfach vorbei. Und dann, ja. Ja, wir haben uns danach dann auch so ein bisschen so in die tobende... Ja, war ziemlich nett. Wir haben viele Leute getroffen, die dann auch irgendwie, ich kenne euch von der Stimme oder so, das fand ich auch sehr nett. Ja, genau, da wurden wir ein paar Mal angesprochen tatsächlich. Das war ganz nett. Grüße an den, wer ist der denn? Uwe, glaube ich, ne? Der eine Große, mit dem wir zusammenstanden. Bei mir haben sich so viele vorgestellt an dem Tag und ich bin da eher schlecht mit Namen. Und ein paar andere, ich hatte dann auch die Gewinne vom Tischspieler hatte ich ja dann auch schon dabei, da bin ich eigentlich groß geworden, irgendwie ein paar T-Shirts und was, nicht alles. Ja, da haben wir nochmal eine Reihe Leute getroffen. Immer nett. Also auch sonst mal einen Aufruf hier an den Hörer, wenn ihr uns hört, seht, trefft, kündigt das auch gerne vorher an. Also wir kommen auch gerne irgendwo, was ich mal ein Bier stelle oder sonst irgendwas zum Plauden im Stadion, falls ihr Lust habt, wir freuen uns da immer. Auch mal gerne über Feedback, aber auch sonst einfach nur, um über das Spiel zu reden oder wie auch immer. Wir sind auch häufiger gefragt worden, wann denn endlich die nächste Folge kommt, ne, an dem Tag. Ja. Gut. Völlig zurecht eigentlich auch. Ist ja schön, wenn jemand wartet. Ja. Es fühlt sich gut, als wenn zu Hause jemand auf einen wartet, ne. Ja. Ich war den ganzen Tag zu Hause. Ja. Es war schön. Bei mir hat keiner gefragt. Nächstes Mal machen wir den Livestream. Ja. Vom Freibier trinken. Ja, ich habe ein Foto bekommen von Volker mit deinem Bier-Heini-Outfit. Wir haben tatsächlich auch noch mit ein paar Spielern kurz gequatscht. Ja, das können wir vielleicht dann gleich irgendwie, wenn es hier um die Spieler und wer geht und so weiter vielleicht noch mal kurz erwähnen. Ja, Abschlusstabelle. Magdeburg ist Meister, Paderborn Zweiter. Man muss dazu auch sagen, die haben ja schon eine brutale Saison gespielt. Beide. 85 und 83 Punkte, das ist schon echt. Gab es das schon mal? Also es gab schon über 80 Punkte, aber zwei Teams über 80, weiß ich jetzt nicht. Ich habe jetzt gerade nicht nachgeschaut, aber das ist schon richtig gut. Es ist irgendwie so ein Mix bei mir. Irgendwie ärgere ich mich, dass wir mit so einer geilen Saison nicht weiterkommen als Platz 4. Aber andererseits musst du auch sagen, die waren so viel besser, diese beiden. Ja, und es war jetzt auch keine Jahrhundertchance, dass Wien nur in diesem Jahr da aufsteigen können. Wenn du dir die Bundesliga anguckst und siehst, dass Hoffenheim noch in die Champions League gekommen ist, da muss sich eigentlich jeder bis Platz 10 ärgern, dass er diese Chance vergeben hat, da mal reinzukommen. Das ist ja so, ist es ja in der dritten Liga nicht. Wir sind Väter gewonnen. Das wäre... Ja, wenn wir in der Champions League. Leider zwei liegen zu weit unten. Ja, aber das ist der erste Schritt zur Champions League, der vierte Platz. Ja, stimmt. Stimmt, das hatten wir ja schon durchgerechnet. Ja, aber auch nur noch dieses Jahr, glaube ich. Warum? Ach so, du meinst jetzt der erste Schritt wegen Pokalkollektion. Ja, ja. Ja, wir haben das ja letztes Jahr schon durchgerechnet. Ja. Dann haben sie ja gegen Schalke sich so hängen lassen. Genau. Was hätte da schön werden können in Berlin? Was war das gut für die Antlacht? Dass sie Wiener gegen Schalke rauskriegen. Ich wäre der einzige Gegner gewesen, der uns hätte gefährlich werden können. Offensichtlich. Gut, also wie gesagt, Karlsruhe... Plan steht für nächstes Jahr. Wir sind ja jetzt im Pokal wieder. Ja, Platz drei und wir wählen Wiesbaden auf Platz vier. Einen Punkt dahinter mit 68 Punkten. Ich sag ja, hätten wir den Zwei-Punkte-Schnitt gehalten. Hättest zwar dieses Jahr tatsächlich auch nur für Platz drei gereicht. Krass, ne? Aber damit bist du eigentlich zumindest immer sicherer oben drin. Ja, wir schon, andere nicht. Normalerweise ist der Zwei-Punkte-Schnitt. Sondern eigentlich sogar für einen Direktaufstieg gut. Na ja, gut. Ja, 68 Punkte hätten schon für einen Direktaufstieg... Also, ist immer schwer zu sagen. In einer Saison hätte das gereicht, weil eine andere Saison läuft anders. Klar. Aber vom Prinzip rein von den Punkten... Also, das ist eine Zahl, mit der du auch aufsteigen kannst. Je nachdem, wie die... Wie gesagt, natürlich wie die Saison insgesamt läuft. Ich finde, es war auch vom Gefühl her eine Saison, mit der man eigentlich hätte aufsteigen können. Natürlich ist der krasse Einbruch da am Ende. Aber eigentlich hattest du vorher schon so geile Spieler. Und ohne jetzt schon die Vorschau-Folge oder die nächste Folge vorweg vorzugreifen... Vorweg vorzugreifen... Oh je, Gott. Ich fange schon an zu stammeln. Ob das nächstes Jahr einfacher wird, sei mal dahingestellt. Das wird einfacher. Wird einfacher? Ja, weil es nicht mehr so viele Punkte gibt oben. Meinst du, das verteilt sich alles? Na gut, okay. Okay, das werden wir dann in Folge 25 ausführlich besprechen. Könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Ja, Tease, Tease. Ich freue mich auch. Ja. Genau. Ansonsten dahinter, ja, Würzburg. Die haben halt zu spät ihre Aufholserie gestartet, als dass sie noch hätten richtig mit eingreifen können. Rostock musste irgendwann mal abreißen lassen. Die haben die letzten, weiß nicht, wie viele Spiele... Ich glaube, unseres war das Einzige jetzt in den letzten X-Spielen, wo sie gewonnen haben. Viele waren entschieden. Fortuna Köln hat, glaube ich, die letzten zehn Spiele nicht mehr gewonnen, nur so ungefähr. Nachdem sie auch gegen uns gewonnen hatten. Ja, ja. Und der Haring war ja auch eine Zeit lang weiter oben. Die sind auch so ein bisschen mit abgepräßen. Unten verlassen uns, das war schon länger klar, eigentlich Erfurt, die schon so rein sportlich nur 22 Punkte bekommen haben. Nein, 23. Die hatten insgesamt einen zehn-Punkte-Abstieg. Absch. Abzug. Gott sei Dank. Chemnitz ebenfalls mit Punktabzug wegen Insolvenzverfahren. Aber halt auch erst direkt mit dem Insolvenzverfahren kommen wir dann auch rüber. Dann erst, nachdem dann eh schon klar ist, das reicht jetzt sportlich nicht mehr. Da müsste man eigentlich auch mal genauer hinschauen, ob die dann rechtzeitig angemeldet wurden. Aber gut, okay. Das ist nicht unser Problem. Genau. Und Bremen 2 hat es diesmal tatsächlich nicht geschafft, drin zu bleiben. Ich habe ja die ganze Zeit noch darauf gewartet, ob jetzt noch irgendwie jemand anderes dann vielleicht keine Lizenz bekommt, irgendwie einen Absteiger wieder direkt durchrauscht oder sonst irgendwas. Weil das werden ja auch so... Also Bremen 2 ist für mich auch so ein Gefühl der Glicks und Glücks und der Kandidat, der dann irgendwie so dank des Unvermögens von anderen noch drin bleibt. Aber diesmal geht es runter. Ja gut, da muss man natürlich auch sagen, dass Bremen 2 regelmäßig gute Trainer weggenommen wurden von der ersten Mannschaft. Und irgendwann merkst du das dann halt auch. Ja, vielleicht. Wobei das Lustige ist ja, dass... Er ist der aktuelle Kohfeldt, ne? Der hat ja die Saison ganz gut begonnen, aber der hat ja dann schon irgendwie, weiß ich nicht, schon fünf oder acht Spiele oder irgendwas nicht mehr gewonnen mit der zweiten Mannschaft, bevor er dann doch befördert wurde. Also, naja gut, egal. Was ich krass fand, war, dass am letzten Spieltag überhaupt keine Entscheidung mehr fällig war. Ja, das war oben und unten schon alles lebt. Und zwar komplett keine. Also auch nicht im Sinne von, wer wird denn Drittletzter, falls irgendwer die Lizenz nicht kriegt oder so. Das war alles schon entschieden. Eine gab es noch. Das war total nervig. Wer wird denn Drittligameister? Ach ja, das ist immer... Das war dann die Entscheidung. Das interessiert doch keine Sau. Da haben wir uns auf der Fernseher geguckt, da haben wir uns wüssten... Das ist ja wie eine Zweite Liga, ey komm, wurscht. Ja, beim MDR und beim Paderborn ist NDR? Nee. WDR? WDR? Ja, ja, das war da ein Thema. Ansonsten war es ja völlig glatte. Ja. Genau. Ja, so viel... Das interessiert dich als Spieler doch auch nicht, wenn du aufsteigst, oder? Sie sind, waren gedanklich in Malle oder... Gut, es sind ja einige Magdeburger auch nach Paderborn jetzt gewechselt. Also, Grüße. Ach ja, Paderborn, vielleicht gerade an der Stelle noch vor unserem Spiel in Paderborn war ich mal wieder zu Gast bei den Kollegen vom Padercast und durfte da so meine Einschätzung... Zum Glück warst du nicht danach zu Gast, ey. Ja, da hätte ich vielleicht auch keine Lust mehr gehabt. Das war in der Hinrunde besser irgendwie. Da hatten wir vorher nicht rechtzeitig dran gedacht, uns einzeln an eine Vorschau. und deswegen durfte ich ja dann danach triumphierend dort auflaufen. Aber gut, wer zuletzt lacht. Steigen denn, nachdem uns jetzt zwei Podcast-Teams verlassen, kommen denn auch welche dazu? Wisst ihr das? Lass mich gerade mal schauen. Ich weiß es auswendig nicht. Also, Lautern, Braunschweig. Von denen gibt es zumindest mal Blogs, was ja auch schon nicht mehr so der Standard ist. Podcast, weiß ich nicht. Betzberg, der Betze brennt. Ne, das ist glaube ich noch ein Blog. Ich weiß nicht, ob die einen Podcast haben. Also, ich habe den noch nie gehört. Braunschweig. Wäre auch denkbar. Die haben wir auch eine große Fanszene. Wir werden das rauskriegen, oder? Wir können das ganz schnell. Können wir für die nächste Folge rauskriegen. Ne, das kann ich hier direkt. Guck mal hier, ich habe dem niemand WLAN-Passwort gegeben. Tja, brauchst du nicht. So. Hier sehe ich... Lautern, ja, Betze gebabbel. Betze gebabbel, ja. Sehr gut. Sehr gut. Immerhin. Aber zwei von... Ne, drei von fünf haben uns halt auch verlassen. Von also drittlicher Podcast. Zwei nach oben, einer nach unten. Ja, beziehungsweise zu Magdeburg gibt es ja eigentlich sogar zwei. Da gibt es ja einen. Ich glaube, der ist vom MDR irgendwie in einem Podcast. Gut, aber im Endeffekt, fünf Mannschaften waren es und jetzt sind es noch zwei. Ja, ja, genau. Und plus lauter drei. Und letztes Jahr waren es ja auch ein paar, da sind ja auch lauter Podcast-Teams aufgestiegen. Da waren ja Regensburg und Kiel. Ja, wir durften immer gratulieren in diesen Abschlussfolgen. Oh, hier 1860 hat wohl auch einen. Da kommt vielleicht auch noch der Hände zu. Dann geht's wieder. Genau. Und der FSV ist letztes Jahr auch abgestiegen. Die haben auch einen. Also es... Das riecht nach Auf- oder Abstieg. Genau. Ich will nicht zu viele haben. Ja, genau. Toll, jetzt kann ich wieder nicht schlafen, bis die Saison losgeht. Du weißt auch nicht, in welche Richtung es geht. Vielleicht noch ein abschließendes Wort zur Tabelle. Mit 68 Punkten und Platz vier haben wir tatsächlich unser bestes Resultat in jetzt zehn Jahren... In neun Jahren, ne? Neun Jahre dritte Liga erzielt. Da haben wir uns 2011 ein zweimal Vierter wurden. Da hatten wir, glaube ich, 64 Punkte. Da war die Entscheidung erst am letzten Spieltag. Ich erinnere mich. Ich stand auf Platz elf im Gästeblock. In die Busche geschlagen. Ja, Offenbach gegen Dresden war das andere. Ja, super. Exakt. Und dann waren wir nochmal Vierter, aber da waren wir so weit abgeschlagen. Das waren auch weniger als 60 Punkte, auf jeden Fall. 200 Amstatt, ne? Ja, genau. Da war ich in Rostock. Hab das Unentschieden und den vierten Platz gefeiert. Was man halt so macht. Mit der Kolke Doppel-Elfmeter-Parade. Oh, das war doch nicht am letzten Spieltag, oder? In Rostock, ne? Ja, ich meine, da hat er auch einen Elfmeter gehalten. Ja, einer kann immer sein. Es ist auf jeden Fall 1-1 ausgegangen. Das hat gereicht an dem Tag. Ah, na gut. Ja. Dann ging es weiter für den KSC. Ja, Abschlusstabelle. Und dann ging es weiter für den KSC, oder nicht? Ach so, ja, genau. Jetzt. Jetzt. Relegation. Wie ging es denn dann weiter für den KSC? Na ja, stark. Das Hinspiel, da habe ich mich tatsächlich geärgert. Da hätte ich Geld draufsetzen sollen. Weil das ging 0-0 aus in Karlsruhe, gegen Aue. Und das war so ein typisches Karlsruhe-Spiel. Defensiv gut. Aber vorne, wenn der Gegner eben auch gut steht, passiert nicht viel. Und dann der logische Ergebnis 0-0, was wir auch ein paar Mal hatten. Ich habe jetzt auch leider nicht mir die Mühe gemacht, das rauszugucken, wie oft die 0-0 gespielt haben. Vielleicht mache ich das gleich noch. Aber ich glaube, Karlsruhe dürfte da in der dritten Liga die meisten 0-0 gehabt haben. So gefühlt auf jeden Fall. Und dann ein gutes Rückspiel in Aue, die ja vorher, wo ich dachte, ist das jetzt wirklich so sinnvoll, aussichtslose Klagen einzureichen. Schwachsinn war das nicht. Die Spieltagswertung gegen Darmstadt, beziehungsweise den Schiedsrichter und was weiß ich nicht alles. Aber dann haben sie im Erzgebirge 3-1 gewonnen. Einen Dreierpack von dem... Sören Bertram. Bertram, genau. Und ja, ich würde auch sagen, ohne die Zweitligasaison von Aue jetzt näher verfolgt zu haben, verdient. Ja, also ich meine, Aue hatte 40 Punkte und war mit 40 Punkten in der Relegation. Und da wurden in Darmstadt auf jeden Fall auch noch welche geklaut. Also daher war das so, mit 40 Punkten abzusteigen, wäre schon bitter. Auch da gilt ja dann die Regel anscheinend nicht mehr, dass 40 Punkte reichen. Jetzt schon. Ja, gut, da muss er nachsitzen noch. Ja, und im Endeffekt, gut, werden wir dann in der nächsten Folge dann vielleicht auch drüber diskutieren, ob der KSC dann wieder zu den Aufstiegsfavoriten gehört. Je nachdem, wie der Kader sich bei denen entwickelt. Die werden ja ein bisschen abspicken müssen. Und ja, genau. Ja, also, nur zwei Aufsteiger. Die KSC kann auch keine Relegation und die hat uns da von vornherein vorlassen sollen. Ja, die waren jetzt im Drittplan in der Relegation. Die verkacken es jedes Mal. Also einmal zur ersten. Das Ding gegen Hamburg damals? Das war das mit dem 0-0 und 1-1 oder sowas, ne? Ja, mit diesem Freistoß kurz vor Schluss. Ja, ja. Ja. Und das ist noch gar nicht so lange her. Drei Jahre oder vier Jahre oder sowas, ne? Ja. Wollt ihr da nicht von der Fahrt irgendwie den Freistoß schießen und das ist doch der, wie hieß der hin? Der eine, war es ein Brasilianer oder irgendwas? Auf jeden Fall ein Ausländer, wo er dann nur sagte irgendwie, Tomorrow my friend. War das nicht dieser Spruch damals irgendwie? Kann sein, ne? Also, das ist egal. Karlsruhe hat siebenmal 0-0 gespielt in der Liga. Ich habe es eben nachguckt. Siebenmal. Ja, die sind, glaube ich, mit wenig Toren generell, Tore und Gegentore da hochgekommen. Ja, ja, vor allem wenig Gegentore, das war natürlich dann die Stärke. Also eigentlich so das Gegenstück zu uns im Grunde, ne? Ja, vor allem zu uns in der Rückrunde. Ja, beides, ne? In der Hinrunde, die Tore, die wir geschossen haben. Ja, in der Hinrunde waren wir ja defensiv ja noch sehr stabil. Da hatten wir ja nur, was war das, neun Gegentore oder sowas? Jetzt in der Rückrunde waren es 18. Also das ist dann schon massiv. Jetzt machen wir nochmal eben hier so die Ergebnisse komplett. Die Aufstiegsspiele von der Regionalliga, also der Aufstieg in die dritte Liga hinein, sind jetzt auch gerade zu Ende gegangen gestern. Da hat sich 1860 gegen Saarbrücken durchgesetzt. Scheiß Regionalliga Bayern. Ja, aber die gewinnen halt fast jedes Jahr ihre Relegationsspiele. Ja, weil die haben ja nur Testspiele in ihrer Scheiß-Saison da. Die haben ja nie einen richtigen Gegner. Das könnte ja dann auch bedeuten, dass sie dann halt im entscheidenden Moment dann nicht, keine Ahnung, nicht so fit sind, nicht so eingespielt, nicht so gefordert oder sonst. Das ist das Bayern-Problem, ne? Ja, natürlich, das Bayern-Problem. Wer kennt es nicht? Ja, 34 Spieltage lang in der Liga unterfordert und wenn es dann drauf ankommt, dann im Champions League halt im Finale rausfliegen. Naja. Komischer Vergleich, wenn es 360 klappt, aber... Ich muss auch noch ein bisschen überlegen, aber es war bestimmt sinnvoll. Also ich sag mal, da haben sie sich auch schwergetan und es war ja auch durchaus so, dass Saarbrücken hat im Hinspiel... Ich wollte ja über die These widersprechen. Ja, nee, Saarbrücken hat im Hinspiel ja einen Platzverweis bekommen früh und haben ja auch im Rückspiel dann sogar 2-0 geführt. Also die hatten... Ja, dann hat er halt 60 Nelchmeter bekommen und das Spiel ist dann wieder gedreht, aber ja... Ja, es hat... Machen wir weiter. Genau. Dann hatten wir Flensburg gegen Cottbus. Flensburg hat sich ja erst ganz zum Schluss durchgesetzt seine Regionalliga an der Ort und Cottbus stand schon lange fest und war dann wohl auch vorwärtsisiert und hat sich dann jetzt doch erstaunlich knapp eigentlich nur durchgesetzt. Also in Cottbus 3-2 gewonnen, nachdem es aber schon 3-0 geführt hat. Wie, das war in Flensburg? In Flensburg. Also in Kiel, besser gesagt, ja. Ja, richtig, genau. Die haben schon 3-0 geführt und dachte, das komm, das kannst du jetzt eigentlich schon in die Tonne kippen. Ich habe auch schon umgeschaltet auf irgendein anderes Spiel dann. Ja. Wozu warst du noch? 3-2, aber dann in Cottbus blieb es jetzt einfach beim 0-0 und damit sind die wieder zurück. Die sind ja auch noch nicht so lange weg. Wie lange waren die jetzt? War die ein oder zwei Jahre unten? Ja, die sind runter bei unserem Sensations... Die sind jetzt das zweite Jahr. Vor zwei Jahren, ne? Letztes Jahr ist Jena aufgestiegen. Stimmt. Ja. Genau. Und dann hatten wir noch Uerdingen. KFC Uerdingen gegen Waldhof Mannheim, den zweiten Vertreter aus der Navi aus Südwest und nach guter alter Tradition haben die es verkackt, die Mannheimer. Also gut, ich glaube, ganz formal ist es noch nicht entschieden, weil das Spiel wurde ja abgebrochen irgendwie wegen Pyro und Böller auf dem Spielfeld und weiß nicht was. Deswegen wurde es dann nicht, was war das, so zwei Minuten war noch offizielle Spielzeit oder sowas und dann wurde abgebrochen. Aber das Hinspiel hat Uerdingen 1-0 gewonnen und im Rückspiel haben sie 2-1 geführt. Also das Einzige, was passieren könnte, ist, dass es jetzt irgendwie am grünen Tisch jetzt 2-0 oder sowas entschieden wird. Also da wird sich jetzt am Ergebnis nichts mehr tun. Das heißt, 1860 Uerdingen und Cottbus kommen hoch. Ja, also eine Menge traditionsreiche Namen. Ich finde das bei Uerdingen ja ganz witzig, ne? Das war ja vorher auch irgendwie ein schnarchlangweiliger Werksklub irgendwie so als Bayer am Sonntag was. Also ich meine, ich erinnere mich ja noch so an Uerdingen in der Bundesliga. Friedhelm Funke, sag ich noch. Ja. Ich meine, sie hatten natürlich so Mitte der 80er Jahre so ihre Highlights mit Pokalsieg und War da auch Marcel Wittecek? Ja. Und mit Wir klingen schon wieder Doppel-Sex-Podcast. Mit den legendären Europapokalspielen da gegen Dynamo Dresden und sowas. Also das ist schon cool. Aber insgesamt war Uerdingen ja irgendwie trotzdem. Aber wenn man ein paar Jahre weg ist und dann wiederkommt und die Leute erinnern sich. Ja, die waren ja wunderbar. Toll. Aber jetzt ist ja dann ist es plötzlich ein Kultklub, ne? Ja, weiß ich jetzt nicht. Also ob es ein Kultklub ist auf jeden Fall so, dass die ja auch einen Investor haben und im Prinzip jetzt einen Durchmarsch gemacht haben durch die Regionalliga West. Also die sind ja letztes Jahr in die Regionalliga aufgestiegen und haben da jetzt einen Durchmarsch gemacht halt dank des Investors. Ich hatte es nur letztes Jahr oder in der letzten Saisonpause gewundert, dass einige Drittliga-Spieler oder Spieler, die halt bei Drittliga-Grupps unter Vertrag stand oder der Vertrag auslief, dass die sich dann für Uerdingen entschieden haben. Das heißt, die haben da letztes Jahr schon einige Drittliga-Spieler verpflichtet, die auch sicherlich in der dritten Liga wieder einen Verein gefunden hätten. Und gut, die haben dann halt jetzt Viktoria Köln hinter sich gelassen, die das ja ähnlich wie Mannheim seit Jahren versuchen und nie geschafft haben. Und ja, gut, das heißt, du hast jetzt mit 60 und Uerdingen halt so zwei Investoren-Klubs. Uerdingen kann er nicht mehr im eigenen Stadion spielen, weil da die, das haben die Wühlmäuse oder was, die Maulwürfe fest im Griff und die Grudenburg-Kampfbahn oder was. So diese Frühjahr, ich weiß gar nicht. und das heißt, die spielen ja jetzt in Duisburg erst mal und Das ist auch für die nächste Saison so geplant? Ja, zumindest haben sie jetzt da gespielt. Ich weiß nicht, was die da hin gezimmert bekommen, aber vielleicht können sie dann irgendwann im Laufe der Saison wieder in Uerdingen spielen, aber das macht es für mich jetzt auch nicht attraktiver. und ja, weiß nicht, ich schütze halt jetzt, das war jetzt das Abschlusskapitel der unrühmlichen Aufstiegsspiele der Regionalliga, also das in der jetzigen Form und es wird dann ja etwas weniger unfair, weil es dann nächstes Jahr vier Aufsteiger gibt und einen Kandidaten weniger. Ja, für die Regionalliga Südwest hätte man, wäre es besser gewesen, sie hätten einen direkten Aufsteiger gestellt und die anderen vier hätten das unter sich ausgespielt. Also ich habe mal geguckt, die Bilanz war jetzt, ich glaube, fünf Teams aus Nordost sind aufgestiegen. Die letzte ungefähr? Vier aus Bayern und dann jeweils drei aus Südwest, West und Nord. Das heißt, wobei Südwest immer zwei Plätze hatte. Und die Teams, die gescheitert sind im Umkehrschluss, waren ja, einmal, glaube ich, nur dort, also jedenfalls neunmal Südwest. Also es sind 18 Teams gescheitert. Ja, meistens sind es ja dieselben. Das kommt noch dazu. Genau, da war dann halt Mannheim dreimal dabei und ja, auch Saarbrücken, Helversberg, Offenbach, damals Offenbach, ganz bitter, die sind an Magdeburg gescheitert. Jetzt war es ja auch so, ich habe vor der Dings gesagt, okay, 60 und Cottbus souverän, Meister mit, wer gegen die drankommt, hat es schwer. Na ja, gut. ja, Mannheim dann halt auch wieder unrühmlich das Spiel. Naja, gut. Ich mag aber noch was Nettes über Oerdingen sagen, ich mag deren Trainer sehr gern. Ja, genau, das muss ich sagen, der kam auch erst jetzt irgendwie, ob im Februar oder so, Stefan Krämer, Ja, genau. Genau, guter Mann. Geiler Typ. Und, ich glaube, seit der da ist, die haben dann eben jetzt, weiß ich, zwölf Spiele, die haben dann wieder gewonnen oder irgend sowas. Die haben Viktoria auf jeden Fall so mehr oder weniger kurz vor Schluss noch eingeholt. genau, das ging, glaube ich, bis zum letzten Spieltag so ungefähr oder bis zum vorletzten oder so. Also ich meine, Investor hin oder her, man muss natürlich auch die richtigen Leute dann haben. Klar. Ich meine, das ist ja in Wehen nichts anderes. Ja. Ja, ich habe jetzt auch nichts gegen Oerdingen, aber für mich sind sie trotzdem noch kein Kult. Nein, nein, das ist ja verständlich, was du gesagt hast. Ja, der Kult kommt natürlich auch vor allem vom Grotifanten her. Wenn sie den noch haben. Ja, weiß ich, da gibt es noch wie haben sie jetzt einen neuen, irgendwie, der da. Also wenn sie den jetzt irgendwie, abschaffen, dann ist er vorbei, oder? Dann brauchen sie ja nicht mehr spielen. Korotifanski. Der wurde mal in so einer ganz schrecklichen Sport1-Übertragung, die haben ja, machen die das noch, die Regionalliga ab und zu zeigen? Warum nicht? Das war früher so mit Jörg Daheimann, der irgendwie nur völlig wirres Zeug redet und dann haben die immer während dem Spiel irgendwelche Rentner auf der Tribüne interviewt und man hat gar nichts vom Spiel gesehen und so. Und da gab es dann irgendwann mal eine Übertragung aus Oerdingen, da haben sie echt den Kultifanten interviewt. Also die haben wirklich mit dem Mikro da in dieses Tier so reingestocher und dann hörtest du aus diesem Kostüm irgendwie so, ja, ich hab mich da gefreut, dass wir da gewonnen haben. Also das war Das waren göttliche Mädchen da drin. Ja, nee, es war irgendwie so, nein, es war schon ein Typ, also das klang dann so, als würde der irgendwie so drohen, ne? Ja. Das war ganz schräg. Schön, dass sie jetzt in der dritten Liga nicht mehr in diese Übertragung da fallen. Genau, aber Pele Wollitz mit Cottbus, mit dem Kordifant und 60 mit dem Ismaik, das sind doch Sympathieträger ohne Ende. Ja. Ja, und Cottbus bringen da noch ein paar Jungs in den Ku-Klux-Klan-Klamotten mit. Schassbar, Ich konnte überhaupt nicht glauben, dass das echt ist. Ich hab's erst für einen Fake gehabt. Ja, der Verein hat sich jetzt auch irgendwie, weiß ich, entschuldigt. der Verein kann sich auch für seinen Trainer entschuldigen. Ja, der Vollitz hat er noch voll losgeledert vorher, so von wegen, wir werden immer so dargestellt und, oh ja, die. Fand ich so schön neulich auf Twitter, wer war's? Ich glaube, der Jens, der Stadion-Jack, schrieb doch irgendwie pelotonisch, das ist auch so ein Mensch gewordenes böse Onkels Lied. Genau das, genau das. Die da oben gegen uns hier unten und so was und wir sind alle zusammen. Furchtbar. Fand ich schön. Ja, der hat auf jeden Fall sehr gut gepasst, der hat ja so losgeledert nach dem Pokalspiel, gab ja diesen Tag der Amateure da neulich. Da haben sie ja leider in Babelsberg gewonnen, weil in Babelsberg ja immer die Guten sind gegen Korpus. Der Tag der Amateure oder der Finaltag der Amateure lief ja so ähnlich wie das Spiel in Mannheim. Gab's ja auch die ein oder andere Spielunterbrechung und geöffnete Tore und Platzstürme. Ich hab da nicht viel von gesehen, weil das der Tag war, an dem ich dann zum Bröndby-Spiel gegangen bin. Also ich hab das natürlich auch nicht den ganzen Tag verfolgt, aber als wir dann wieder daheim waren, hab ich so den Schluss geguckt und da gab es total viele Spiele, wo dann Pyro und Spielunterbrechung und Tore aufgehebelt und also das war schon... Nach dem Spiel oder auch mittendrin? Ja, dann hätte es ja keine Spielunterbrechung gegeben. Das war glaube ich in Aachen. Also beim... Ja, also es war... Also Hessen blieb's ruhig. Ja, warum wart ihr da eigentlich nicht? Das müssen wir nachher noch klären. Da können wir direkt jetzt beschreiben. Schauen wir direkt dazu. Auf Innenstadt-Allendorf fand das Hessen-Pokalfinale noch vorstatt und der TSV Steinbach, der im Halbfinale bekanntlich gegen den SV WW gewonnen hat, hat auch das Finale gewonnen gegen Hessen-Kassel mit 2 zu 0. Und Hessen-Kassel, das kann man an der Stelle auch gerade noch erwähnen, ist jetzt noch so richtig bitter. Nicht nur, dass sie jetzt das Pokalfinale verloren haben und dadurch eben nicht im DFB-Pokal sich ein paar Extra-Gröten verdienen dürfen. Die sind ja eh auch schon wieder, das hatten auf jeden Fall Punktabzüge wegen irgendwelchen wirtschaftlichen Verfehlungen oder Lizenz-Themen. Weshalb sie dann jetzt auch abgestiegen sind. Genau, weswegen sie jetzt abgestiegen sind. Ich glaube, weil halt keiner aus Südwest aufgestiegen ist. Es hätten aber beide aufgestiegen. Wenn beide aufgestiegen wären, dann wären sie drin geblieben. Und wer ist jetzt noch der Zweite, der jetzt noch Koblenz? Koblenz, genau. Die auch das Pokalfinale verloren haben. Gegen diesen rot-weiß-Koblenz. Echt? Haben die das ja auch nicht? das habe ich nicht gelesen. Können Koblenz und Kassel ja ein Testspiel ausmachen? Ja, bei Kassel muss man sich fast entschuldigen, finde ich. Also, wenn wir im Halbfinale durchgehen gegen Steinbach, spielen das Pokal. Gut. Sie können natürlich auch im Finale gegen Steinbach gewinnen. Natürlich, aber guck mal, wo Kassel rumkrebst, da ist es, glaube ich, einfach aus unserer Position zu sagen, gewinnt halt eure Spiele. Also, denen hätte, glaube ich, mit einer günstigen Auslosung wäre da viel geholfen gewesen. Und wir schenken halt ab, kann dir immer passieren. Aber gut, ist halt, ich meine, das ist mal eine richtige Scheißsaison aus allen Perspektiven. Wenn wir im Halbfinale gespielt hätten und es auch geschenkt hätten, wäre es sich gefreut. Wenn wir im Finale gewesen hätten, da ging es scheinbar für da. Natürlich. Wäre ja nichts anderes. Ja. Entschuldigung. Aber an der Stelle hätte ich jetzt keine gute Laune. Nö, wirklich nicht. Können sich ja revanchieren nächstes Jahr. Im heißen Pokal. Wenn sie da noch mitspielen. Ja, das schon. Wenn sie dann vielleicht jetzt... Nee, ich glaube, die Oberligisten sind, glaube ich... Ah, nee, warte mal, wie geht es denn da? Die spielen noch eine Runde früher. Die können sich einspielen. Freut euch doch, ey, die haben euch was Gutes getan. Ja, gut, das wäre es eigentlich dazu. Dann nächste Spiele gibt es halt auch schon Testspiele. So der Sommerfahrplan, sagt man ja immer so schön seit einigen Jahren. Der ist die Tage auch veröffentlicht worden mit Trainingslager und so weiter. Da sprechen wir in der nächsten Folge nochmal drüber. Genau. Wer keinen Bock auf WM hat, macht dann das Trainingslager mit. Genau. Ja, so viele Ligaspieler werden noch nicht in der WM mitspielen, oder? Ich meinte jetzt von Fanseite. Aber du machst dir schon Sorgen um unsere ganzen WM-Spieler, die dann alle zu spät zum Training kommen. Ja, klar. Buadus. Ja, genau. Das sollte man an der Stelle nochmal erwähnen. Das ist geil, oder? Aziz Buadus, der erste ehemalige W-Ner, der bei der WM dabei ist. Also wenn er sich jetzt nicht noch verletzt, irgendwie. Zumindest ein Panini-Album, das ist schon. Das ist ein Panini-Album und der ist auch im finalen Kader. Also Marokko hat ja schon den finalen Kader bekannt gegeben, da ist er dabei. Bei uns machen sie ja noch ein großes Schiss draus, wenn ich drei Leute oder vier Leute noch streichen. Aber ja, also wie gesagt, sofern er sich jetzt nicht noch bis kurz vor Turnierstart verletzt, spielt er eine WM. Das ist ja schon ganz schön geil. Zumindest sie haben keine. Aber spielt ist die Frage. Ja, könnte passieren. Sie haben drei Spiele wahrscheinlich. Das werden wir sehen. Vielleicht bin ich für Marokko. Ja, warum nicht? Ich werde eh nicht viel sehen, das meiste werde ich gegen Urlaubs verpassen. Gut, dann sprechen wir doch mal hier die große Bilanz. Wir haben es ja gerade eben schon so angerissen. Magst du anfangen? Sollen ja so jetzt die Saison so im Ganzen Aussicht des SVB? Ich finde es immer noch schwierig, das Ganze zu bewerten. Wir hatten es ja eben schon anklingen lassen. Irgendwie, wenn du Vierter bist, wärst du halt auch so nah dran am Platz 3. Andererseits hast du die Saison noch nicht ganz hergeschenkt. Aber ich glaube so, mein Grundgefühl ist trotzdem ein Positives nach der Saison. Ich weiß nicht, seht ihr das anders? Ich tue mich wirklich noch ein bisschen schwer mit der Einordnung. Ja, mit ein bisschen Abstand geht es. Also so direkt nach dem, ja, ich meine, das hat es ja dann angedeutet eigentlich, das waren halt so diese, der April war so ätzend halt mit so vielen Niederlagen hintereinander, wo dann halt erst dann der Direktaufstieg dann endgültig erledigt war. Ich meine, zwischendurch sah es sehr gut aus, irgendwie dann noch bis vor dem Würzburg-Spiel da waren wir sogar zwischenzeitlich auf den zweiten Platz gerutscht und man hat sich ja dann schon hier Gedanken gemacht zu verreden, oh, können wir vielleicht zu Gerster werden, je nachdem, wie es im nächsten Spieltag alles ausgeht. Und ab da ging es dann halt abwärts. Aber ja, ich stimme dir zu, insgesamt insgesamt eigentlich schon gut. Also ich meine, wir haben doch deutlich mehr gute als schlechte Spiele gesehen mit Spauten. Wir haben eine Menge Tore gesehen. Es waren halt auch krasse einzelne Highlights dabei, ne? Ja. So diese hochgewonnenen Spiele. Und so viele hatten wir halt, ich meine, ich habe es auch schon mal erwähnt, wir hatten, ich glaube, jetzt die letzten zwei oder drei Jahre kein einziges Spiel mit mehr als drei Toren. Letztes Jahr, am letzten Spieltag, das 4-1 gegen Frankfurt, das war so ungefähr das einzige, aber davor ging es ja auch nichts mehr. Zwei Jahre am Stück oder was, kein einziges Spiel mit mehr als drei Toren. Und davon hatten wir jetzt dieses Jahr eine ganze Menge. Da war immer dieses, was war das, Münster, nee, Münster war dieses 6-2, Osnabrück hat gleich zweimal von uns die Kiste vollbekommen. Großasbach im Hinspiel. Großasbach. Paderborn. In Würzburg 5-0, das Paderborn-Heimspiel auf jeden Fall. Also da waren schon eine Menge krasse Spiele dabei. Mit Schäffler den Torschützenkönig und Andres hat auch, weil der Schäffler 22, glaube ich, und Andres 15 oder 16. Ja, der dürfte in den Top 10 gewesen sein. Ja, ja. Allein damit wäre er schon einer unserer Spitzenreiter. Bis dahin war, glaube ich, Janic. Aber trotzdem noch ganz viele verschiedene Torschützen auch, ne? Ja, ja, genau. Und dann trotzdem, weiß ich, 17 oder 18 verschiedene Spieler. Also das ist auf jeden Fall auf der Plusseite, ganz klar. Jetzt so zum Schluss ging es halt so ein bisschen dahin. Das ist natürlich dann halt schon frustrierend, wenn du siehst, du hast eigentlich die Chance. Ja, das ist das Problem. Ob du dann jetzt in der Relegation dann durchgekommen wärst, ist natürlich eine ganz andere Frage, ne? Genau, wollte ich gerade sagen, also im Endeffekt, wenn du jetzt den, den angenommen, du wärst jetzt den dritten Platz noch irgendwie verteidigt, ob du dich dann gegen Aue hättest durchsetzen können. Klar, das sind dann andere Spiele, aber Karlsruhe hat ja eine eine gegenteilige Form mehr oder weniger gehabt, also die Formkurve von denen lief ja gegensätzlich zu der unseren, aber ich sehe es auch so, dass, ich meine, wenn du überlegst, vor zwei Jahren noch abgestiegen, wenn die Saison zwei Minuten kürzer geht, dann wieder auf dem Abstiegsplatz, bis Rehm kommt und der dich dann auf Platz sieben führt und jetzt auf Platz vier mit den ganzen eben genannten positiven, sehr positiven Dingen, wie eben viele Tore, deutliche Siege, Siegesserien, das hattest du alles vorher nicht oder jahrelang nicht und jetzt geht es eben darum, dass man dann eben auch entweder den nächsten Schritt noch eben geht, indem man den Kader jetzt weiter verstärkt oder eben ja, also ich denke, da wo wir herkamen, in jetzt relativ kurzer Zeit, sehr gut, klar, gibt es die Beispiele wie Darmstadt und Paderborn, die aus einem sportlichen Abstieg eigentlich dann mit Glück noch drin geblieben und dann im nächsten Samen hoch, das gibt es auch, aber ich denke auch, Magdeburg hat auch drei Anläufe gebraucht, um hochzukommen und ja, wenn Bremen bleibt und wir noch vielleicht ein paar Spiele dazu kriegen, dass es dann der Grundstein auf jeden Fall jetzt ein deutlich besserer ist wie noch vor zwei Jahren. Ich glaube auch, dass bei uns nichts kaputt geht, dadurch, dass wir es nicht geschafft haben. Also jetzt, was ihr beim KSC gerade schon habt anklingen lassen, was wir noch zum nächsten Mal darüber sprechen, dass die dann halt vielleicht den Gürtel echt enger schnallen müssen und so, dass es für die viel bedeutet, das sehe ich jetzt bei uns so nicht. Also wir hatten das ja auch so ausgegeben, von wegen, wir müssen da nicht hoch, wäre schön, wenn es klappt, aber es ist jetzt kein Weltuntergang, wenn wir es nicht packen. Und das Gefühl ist es jetzt eigentlich. die Finanzierung ist auch so gesichert. Genau, und ich glaube, das Positive ist ja, dass sie, also die, man weiß natürlich nie, was der Kopf, also der Kopf spielt ja auch eine große Rolle und in dem Moment, wo sie gesagt haben, nee, wir wollen aufsteigen, ging es jetzt eher nach hinten los. Also ich weiß nicht, ob es einen unmittelbaren Zusammenhang gab, aber es hat uns auf jeden Fall nicht geholfen, die Aussage. Auch wenn es meiner Meinung nach richtig war, weil sonst hat es kein Ziel mehr. Ja, was willst du denn sozusagen? Ja, genau, da ist ja die Frage, ob du dann trotzdem sagst hier, klar, ist jetzt auch egal, auf jeden Fall, so wie die dritte Liga nächstes Jahr aussieht, werden wir trotzdem nicht der Favorit sein. Ja, ist klar. Aber das waren wir ja dieses Jahr auch nicht. Also ich erinnere mich zum Beispiel an die Kickerprognose, die irgendwie geschrieben hat, ja, es wird auch in diesem Jahr wieder gegen den Abstieg gehen. Und da haben wir es so weit vorne hin. Keine Ahnung haben und was die dritte Liga, denke ich mal, in der Tiefe angeht, aber ich denke einfach, das wird für uns oder für die Spieler vielleicht gar nicht so schlecht sein, wenn wir jetzt nicht der Favorit, weil es hat nie geklappt bei uns. Wie oft sind wir als Aufstiegskandidaten gehandelt worden und dann ging es gegen den Abstieg. Und ich glaube, das wird dieses Jahr nicht der Fall sein oder nächste Saison. Und die Mannschaft wird hoffentlich dann mit einem, ja, entsprechend angepissten Gefühl auch in die Pause gehen, zumindest die, die bleiben, die Spieler und mit dem Ansehen, das eben nächstes Jahr besser zu machen. Ja, so eine jetzt erst recht Mentalität. Genau, weil das Ende hat es ja dann letztlich auch ein Stück weit, ja, hatte ich dann eben auf Platz 4. Wenn Rostock und Köln nicht so eingebrochen werden, die sind ja noch stärker eingebrochen, dann wäre es ja wirklich nochmal eng geworden mit Platz 4. So war der ja relativ sicher, weil die einfach nicht mehr gewonnen haben. und, ja. Genau, jetzt zu der Aussage so von wegen mit diesem wir müssen nicht, aber wir wollen, das war ja aber schon nach dem Lottospiel, also danach haben wir noch mehrere Spiele gewonnen, also das ist, ja, ja gut, also das ist, zumindest war es nicht unmittelbar. Auf jeden Fall gut, aber als es dann so greifbarer wurde, dann ging irgendwie nichts mehr. Ja, ja. Ja, sind wir uns eigentlich alle einig, ach so, was vielleicht auch noch so als, du hast es gerade schon gesagt, wir waren weit vom Abstieg entfernt, und zwar tatsächlich sehr weit, ich glaube, wir waren die ganze Saison eigentlich im Bereich der Aufstiegsplätze, ne? Ja. Also ganz am Anfang, okay, da sind die Schwankungen nochmal ein bisschen größer, da waren wir irgendwie, ich glaube, am zweiten oder dritten Spieltag waren wir mal kurz auf Platz 1 und dann zwei, drei Spiele nicht gewonnen, da waren wir irgendwie mal, ich glaube, so fünf oder sechs oder sowas, aber das war dann auch irgendwie so das Unterste und ansonsten war die meiste Zeit vierter und dritter Platz, also schon eigentlich insgesamt schon sehr konstant gute Saison. Darf ich noch ein Hörer-Feedback vorlesen? Oh ja, sehr gerne. Nachdem es so ewig gedauert hatte, bis wir hier mit der neuen Folge rumkamen, habe ich dann auch Und auch das ist schon wieder ein bisschen her, habe ich auf Facebook mal gefragt, so zwischendurch, schreibt uns doch mal eure Saisonbilanz und wir haben da von Harald einen Kommentar bekommen, der sagt, eigentlich ähnlich wie das, was wir jetzt eben schon gesagt haben, auch geile Saison mit vielen Toren, leider Aufstieg verpasst, worüber wir nicht wirklich traurig sind. Wir nehmen es, wie es ist und hoffen auf die nächste Saison. Das ist eigentlich so ziemlich das, was wir jetzt auch gesagt haben. im Prinzip das auf eine Zeit eingedampfte. So kurz hätten wir das auch formulieren können. Wenn wir das so kurz formulieren können. Danke, Harald. Ja, vielen Dank. Auch ansonsten gerne jederzeit Kommentare bei Facebook oder unseren üblichen Kanälen, vor allem da momentan auch das Fanforum zugemacht ist. Ich weiß nicht, ob das jetzt vielleicht in Kürze wieder öffnet, aber ansonsten, wenn ihr irgendwie einen Platz braucht, wo ihr euch auskotzen könnt, meinetwegen auch gerne dort. Gefährlich gefährlich. Wenn es zu wild ist, dann müssen wir es halt wegmoderieren. Zensur, Zensur, Zensur. Ja, gut. Wenn da jemand sich nicht benehmen kann, dann müssen wir es halt löschen. Aber für vernünftige Diskussionen, Kommentare, sonst irgendwas, jederzeit gerne, auch gerne im Blog. Achso, wo wir hier gerade in der Social-Media-Ecke sind, ich habe jetzt auch mal so einen Instagram-Account angelegt, habe aber noch nichts gepostet. Ich dachte eigentlich, ich mache aus Madrid eine Insta-Story, aber dann bin ich mit dem Insta-Story erstellen irgendwie überfordert gewesen und seitdem habe ich keine Lust gehabt, noch irgendwas zu machen. Ich habe aber schon eine ganze Menge Follower. Wird gar nicht gut herkommen. Obwohl du nichts machst. Obwohl du noch kein einziges. Vielleicht solltest du lieber nichts machen, sonst gehen die alle wieder weg. Ja. Ja, gut. Ich meine, ich kriege ja nichts für die Follower. Noch nicht. Noch nicht. Bist du kein Influencer? Ja, nee. Ich habe keine Influencer. Ja, naja. Nur Hustensaft. Hustensaft habe ich tatsächlich. Trotzdem muss ich ab und zu husten. Das ist verdammte Sommergrippe. Ja, dann machen wir weiter. Dann machen wir weiter. Ja, Wollen wir mal einmal im Schweinsgelob durch den Kader galoppieren und zu jedem Spieler einen kurzen Satz. Zu denen, die regelmäßig gespielt haben, oder? Zu jedem Spieler? Ja. Zum Rest kannst du wahrscheinlich sagen, dass es geht. Na gut, dann Torhüter. Markus Golke. Sonja, sag was. Normal. Normal? Normaler Rückhalt, wie wir ihn kennen. Also das ist auf jeden Fall positiv gemeint. Ich kann mich an so ein paar Wackler erinnern. Ja. Und was wir gar nicht erwähnt hatten, fällt mir bei dem Moment ein, in dem Paderborn-Spiel dieses total krasse Foul an ihm. Ja, ja. Wo dieser gegnerische Stürmer da so in ihn reinspringt und eigentlich rot sehen muss. Also das ist gar keine Diskussion eigentlich. Er kriegt da nur gelb. und deswegen war er am letzten Spieltag ja auch nicht dabei, weil er wirklich verletzt war nach dieser Szene. Ja, also normal ist bei Kolke ja dann top. Also als Übersetzung. Der wäre gewohnt. Sicher Rückhalt, wobei er tatsächlich auch in zwei Spielen kleine Aussätze hatte, die direkt zu Toren geführt haben, die uns jeweils nicht wehgetan haben, weil wir beide Spiele gewonnen haben, aber trotzdem. Ich sehe gerade letzter Verein Waldhof Mannheim. hat auf jeden Fall auch alles richtig gemacht mit dem Wechsel zu uns. Die anderen beiden Torhüter haben jetzt in dem Sinne keine große Rolle gespielt, außer Badkowiak, der eben im Hessen-Pokaljahr verloren hat in Steinbach. Ja. Und am letzten Spieltag dann eben ran durfte, weil Kolke verletzt war. Aber gut, ich denke, die Verhältnisse sind da klar. Aber Aulbrecht hat ja, glaube ich, auch den Vertrag verlängert. Ja, für ein Jahr haben sie dann, glaube ich, nicht mehr. Sodass sie auf der Position stabil sind. Ist die einzige Position, auf der wir jetzt schon gut aufgestellt sind für nächstes Jahr. Ja. Gut, Ende Abwehr. Sascha Mockenhaupt. Einer der Favorites unseres kleinen Podcast-Teams. Unser Liebling, auch wenn er ein bisschen geschwächelt hat zwischendurch. Hat er zwischendurch auch mal so den einen oder anderen Szenen drin. War, glaube ich, auch immer unser Hinrundeliebling, unser Erklärter. Ja. Das auch völlig zu Recht. Dann so ein bisschen wackeliger in der Rückrunde, aber ich muss sagen, ich stehe eigentlich immer noch wie, wie halt die gesamte Abwehr dann halt in der Rückrunde halt nicht mehr so, so sicher war wie in der Vorrunde halt noch. Also ich muss auch sagen, bei mir, beziehungsweise ich muss sagen, bei mir überwiegt bei Mockenhaupt jetzt mehr Skepsis, weil er mir speziell in der Rückrunde nicht mehr gut gefallen hat. Er hat ja auch da, war der nicht auch in dieser Elfmeterszene verwickelt da, diese komische in der Hinrunde, wo er da so grundlos mit der Tätlichkeit oder den er wieder verursacht hat oder? Na, wo er dann in den, ähm, Welchem Spiel willst du denn sagen? In der Hinrunde irgendwas, so eine komische Szene, wo der Ball überhaupt nicht mehr dabei war und er dann da aber dem anderen, also auf jeden Fall, er hat jetzt auch in der, in der, in der Rückrunde. Du meinst die vorletzte Saison gegen Regensburg, diese Tätlichkeit, als der Ball schon weg war, wie er diese Schwalbenhunk da irgendwie angegriffen hat. Ja, okay, gut, das war dann, war schon eine vorletzte Saison, okay. Aber er hat mir jetzt, ich weiß nicht, ob das auch so das Fehlen des fitten Ruprechts war, weil ich glaube, der hat auch nicht wirklich fit gespielt, zumindest sah es so aus und, also mir hat Mockenhaupt gegen Ende nicht mehr so gut gefallen. Ja. Vielleicht fehlte dann zum Schluss auch ein bisschen die Frische, weil er hat ja so ziemlich durchgespielt. Das kann natürlich auch sein, dass er auch relativ früh aus irgendeiner Verletzung wieder zurückzudurch. Ja, kann sein, dass er sich dann auch dann mehr so mit Spritzen und so weiter über Wasser gehalten hat. Aber der wirkte nicht mehr so souverän wie in der Hinrunde. Ja, dann sein Nebenmann, also meistens sein Nebenmann, Steven Ruprecht. Hat jetzt gerade in der Rückrunde doch mehr mit Verletzungen zu tun gehabt. Hat ziemlich häufig gefehlt leider. Ja, war immer mal wieder auch mal da zu Sprich finden für ein, zwei Spiele. Aber es wirkte dann auch nicht mehr so eingespielt, ne? Ja, ja, das merkst du schon. So oft wie Andrich gesperrt war, so oft war Ruprecht verletzt. Also so gefühlt. Aber da muss man mal aus meiner Social Media Beobachtungsperspektive sagen, wenn Ruprecht verletzt oder gesperrt oder was auch immer war, den hast du immer in der Insta-Story, hast du den immer gesehen, wie der entweder im Stadion saß oder vorm Fernseher und auf geht's Jungs und überhaupt und sich irgendwie gefreut hat über Siege, während Andrich dann immer nur so sein Frühstück gepostet hat, wenn er nicht dabei war. Aber da ist mir Ruprecht schon sehr positiv immer aufgefallen. Ich dachte, Ruprecht postet immer aus dem Vapiano. War das nicht so? Ja, aber schon lang nicht mehr. Nee, aber der sitzt dann wirklich mal vorm Fernseher oder im Stadion und feuert sozusagen damit an und zeigt, dass er sozusagen doch bei der Mannschaft ist. Das fällt mir immer recht positiv bei ihm auf. Okay. Also Ruprecht hat auf jeden Fall, ja, es gab ja diese Ruprecht-Bilanz, die wir hier auch thematisiert hatten, die ja dann irgendwann verwässert wurde. Ja, also er hat ja auch nur noch, also noch ein Jahr Vertrag, hat ja aber dann auch dieses eine Interview gegeben, dass er sich, wie wohl er sich hier fühlt und was für ein Fan er schon vor dem Verein war oder was? Das war ein Gag der PR-Abteilung, da kannst du mir nichts anderes sagen. Ja, aber auch als Kind in Wien Bettwäsche geschlafen. Das ist auch der Verein, wir haben noch nie Bettwäsche verkauft. Er hat sich selbst genäht. Allein Ruprecht und Mockenhaupt, da sieht man halt einfach in der Hinrunde Bock starke Abwehr und in der Rückrunde dann eben, ja, nicht mehr so stark. Dann, Sören Reddemann, ist vor der Saison gekommen, hat sich gleich im ersten Spiel mit einem Tor eingeführt. Leider eine ziemliche Katastrophe, finde ich. Katastrophe? Ja, ich finde, er hat sehr oft gespielt und dabei sehr oft schlecht gespielt. Also ich dachte am Anfang immer noch so, okay, gut, der ist jung, der braucht jetzt noch ein paar Spiele, bis er reinkommt und so, aber so der hat nie zu seiner Sicherheit gefunden leider und das tut ja auch beim Zuschauen irgendwie weh, aber irgendwie hat er sich nie stabilisiert und war nie, dass das wirklich, wenn er kam, hat man immer gedacht so, oh, Abwehr ist wackeliger und sie war auch immer wackeliger. Ja, ich bin ja auch eher einer der, gerade bei jedem Spiel, der ja noch nachsichtig ist, gerade in der Abwehr, es geht halt viel auch über Routine einfach, bis zu Sicherheit. Ja, aber die hat es irgendwie nie eingestellt, also ich hatte nie das Gefühl, dass sich das bei ihm irgendwie einstellt. So beim letzten Spiel war es einigermaßen okay, also es ist da noch nichts passiert. Wobei, da waren es dann halt auch echt viele, also mit sämtlichen Bälle, die halt so in die Offensive gehen, sind da einfach schnell weg. Ja, aber sonst hat er halt auch ziemlich oft irgendwie so spielentscheidende Schnitzer hinten drin gehabt, ne? Er war halt ein Unsicherheitsfaktor. Ich denke so, das wäre jetzt so das Schlagwort. Und auch wenn er einiges Szenen dann gehabt hatte, wo er gut aussah, irgendwann hat er dann doch wieder, und er hat ja als Linksverteidiger angefangen und dann wurde irgendwie Innenverteidiger und weil Minzel ihn dann doch wieder verdrängt hat und also für ihn eigentlich jetzt kein verschwendetes Jahr, aber sicherlich... Er hat ja seine Einsätze bekommen, aber... ...Positionen geschwächt hat, ja. Ja. Gut, mal schauen, wie es jetzt da weitergeht, wie er in der kommenden Saison wieder zu Chancen kommt. Also er war ja immer so der erste Ersatz eigentlich dann in der Innenverteidigung. Ich hoffe, dass da noch ein bisschen sich was tut. Ja. Man muss natürlich halt auch immer diese U23-Regel am Hinterkopf haben, dass du genug junge Leute auf der Bank hast. Okay, dann... Ja, wenn wir schon links hinten sind, dann Alf Minzel. Unser Alf, der ewige Alf. Ja. Das Gegenteil von Reddemann. Also wenn wir ihn als Unsicherheitsfaktor bezeichnen will, Minzel, der Stabilisator-Antreiber, dem jetzt selten jemand weggelaufen ist. Also der hat seine Seite eigentlich ganz gut im Griff gehabt, so. Ja, es gab schon das ein oder andere Spiel. Ja. Da beim schnellen Außen vom Gegenteil. Ja, klar, aber für mich nochmal eine Überraschung, dass der sich dann doch auch ja, altersunabhängig reinkniet und die Lunge die Lunge unter die Kraft hat und seit 303 Spielen da wegsteckt. Ähm, ja, also wie Kolke halt ganz wichtig und genau. Mal gucken, ob der seine, die nächste Saison mit wirklich seine letzte wird. äh, aber auf jeden Fall ist er nochmal mit dabei. Ja. Dann, ähm, bleiben wir noch auf der linken Seite. Dominik Notnagel. Ja, von hat Minzel nie ein Bedrängnis gebracht. Bestes 10 war, glaube ich, der Pfostenschutz in Karlsruhe, der nicht reingegging, kurz vor Schluss. Ähm, ansonsten auch eher ein Unsicherheitsfaktor wie Rettemann für mich, wenn er drin war. Ja, der kam letztes Jahr in der Winterpause und, äh, Vertrag läuft jetzt aus, wird nicht verlängert. Ja, es gab jetzt auch wirklich keinen Grund, den jetzt zu behalten. Ähm, dann haben wir Michael Akoto. Der tut mir immer noch total leid, weil ich immer noch diese Szene vor meinen Augen habe, wie er erst im Halbfinale im Hessen-Bokal diesen, diesen Ball ins eigene Tor köpft, weil er sich mit Vatkowiak nicht einig ist. Ja. Und dann nach dem Spiel stand er irgendwie am Zaun und hat fast geweint halt darüber, weil, ich meine, da hat er endlich mal seine komplette Chance bekommen. Er hat eigentlich auch wirklich gut gespielt und dann passiert ihm mal dieses eine dumme Ding, was einfach ein Abstimmungsfehler war. Wenn der Torwart da hinten stehen bleibt, dann ist es einfach ein gut zurückgeköpftes Ding. Ja, irgendwie schon schade, dass wir ihn nicht weiter beschäftigen, ne? Ja, finde ich auch ein bisschen schade, kommt er aus der eigenen Jugend, hat er zwischendurch auch ein paar Einsätze, wobei er eigentlich nicht in der Innenverteidigung ansagt hat. Er wurde immer so sehr lustig, kreativ eingewechselt, wenn wir geführt haben. Genau. Ja, scheint er auch verletzungsanfällig zu sein oder zumindest war er häufiger verletzt, was vielleicht auch, aber man sieht jetzt anscheinend die Perspektive bei ihm nicht mehr, zumindest jetzt nicht, wahrscheinlich wird er zu irgendeinem Regionalligisten oder Oberligisten wechseln, würde ich jetzt mal tippen. Ja. und da wünschen wir ihm alles Gute. Genau. Dann, ähm, wen haben wir doch? Niklas Dams. Happy Birthday to you. Ach, tatsächlich, gut aufgepasst. Niklas Dams hat heute Geburtstag, er wird 28. Herzlichen Glückwunsch. Wir nehmen auf am 28. Mai. Genau, 28. Mai 2018. Der junge Mann wird 28 heute. Äh, hat sonst noch jemand Geburtstag heute? Kann man schauen, wenn wir schon dabei sind. Ja, nee. Ähm, Dams hat letztes Jahr ja, ist ja richtig aufgeblüht, also da im defensiven Mittelfeld sehr gute Spiele geabsolviert hat. Fand es jetzt eher einen Rückschritt vergleicht dazu. hat halt auch keine so richtige Position gehabt, ne, mit der Händelrunde. Ähm, äh, Ruprecht und Mockenhaupt fit waren, war halt an denen auch kein Weg vorbei und, äh, der sechs halt Andrich und Hofzah. Genau. Und, äh, er hat halt in der Rückrunde häufiger gespielt und hat aber auch da leider die Abwehr dann nicht so stabilisiert, wie es, also eine mittelmäßige Saison, würde ich jetzt bei ihm sagen. Ich fand es trotzdem seltsam, dass er eine Zeit lang nicht an Reddemann vorbeikam. Das war, genau, also am Anfang hat man ja eher auf Reddemann als auf, äh, auf ihn gesetzt. Ja, ziemlich lange sogar noch. Oder der Trainer. Das habe ich nicht ganz verstanden. Also da hätte ich immer eher da ans gebracht. Daher bräuchten wir jetzt die Trainingseindrücke. Ja. Ja, ist aber auf jeden Fall auch mein Eindruck, verdammt normal. Auch nächstes Jahr noch mit dabei. Und dann auch bei ihm schauen wir, wie es, wie sich das entwickelt. Ähm, dann haben wir noch, Lorch. Lorch. Jeremias Lorch, ja. Können wir zu ihm viel sagen. Er war fast die gesamte Saison verletzt. Der hatte, glaube ich, ganz am Anfang einen Einsatz. Das ist, glaube ich, im ersten Spiel oder im zweiten Spiel oder irgendwas. Ja, ja. Er hat sich, glaube ich, verletzt und war dann lange, lange weg und kam jetzt erst gegen das Saisonende wieder. Was hatte der gehabt? Oh, weiß ich nicht. Okay. Ja, kann man im Prinzip nicht viel sagen. Der Trainer scheint Potenzial in ihm zu sehen. Jetzt wäre ich dann auch gespannt, wo er ihn sieht. Ob er ihn links... Ich glaube, er sieht ihn an vielen Stellen. Weil er war ja auch Teil, hatten wir schon erwähnt, dieses Zwick, dieser Zwickau-Nummer irgendwie ganz woanders angefangen hat, als er dann am Ende gespielt hat. Der hat rechts hinten angefangen, da hat er mir nicht gut gefallen. Da ist sein Gegenspieler, da hatten wir einige Mal Argen-Bedrängnis gebracht, als er dann ins zentrale Mittelfeld gerechselt ist, so auf die Sechser-Position, da fand ich dann deutlich besser. Da hat er einige gute Bälle auch und ein paar gute Aktionen nach vorne gehabt. Da haben wir auch am meisten Bedarf. Ja. Genau, also rechts hinten, wo er da anfing, da haben wir Moritz Kuhn. Machen wir doch mit dem gerade weiter. Moritz Kuhn. Der hat sich, finde ich, am meisten gesteigert. Am Anfang war das noch so wackelig und gut gegen Schalke war der natürlich überfordert, da gegen Bundesliga-Spieler steht. Aber er hat sich immer mehr gefangen, auch immer mehr nach vorne gemacht. Er ist ja eigentlich auch kein Abwehrspieler, aber da hat er sich reingebissen. Dann hat er echt saugute Flanken geschlagen. Es war immer super, wenn er so nach vorne gesprintet ist, so den Kopf runter und los und so. Ja, oder dann wirklich ganz auf außen, dann gerne mal zusammenspielen, so mit Diavosi. eine überläuft den anderen und dann die Flanke. Also wirklich gerade im Vergleich zum Saisonanfang. Doch, mit den meisten Assists. Auf jeden Fall zweistellig. Ich glaube, elf Stück oder irgendetwas. Ja, genau. Anfangs hat man noch gemerkt, dass er eigentlich kein Abwehrspieler ist, dass er eher so ein bisschen notgetrunken da so rechts hinten gespielt hat, aber mittlerweile ist er eigentlich nicht mehr wegzudenken. Gefällt mir auch richtig gut. Ist für mich einer der drei Spieler der Saison. Ja. Also der hat mich auch einer, die mich am meisten überrascht hat und wo man auch einfach sieht, wie wichtig das ist, wenn du einen Außenverteidiger hast, der eben auch Dampf nach vorne macht und gute Flanken schlagen kann. Das haben wir auch jahrelang, also gut, Lorenz letztes Jahr noch, aber mit den Flanken. Flanke aber nicht als Verteidiger. Nee, weil die Flanken halt. Ja, genau. Dann hätten wir noch Patrick Funk, kommen wir wahrscheinlich eher so als Staffelspieler zählen. Da kann man halt auch nicht viel zu sagen, außer dass der Trainer nicht auf ihn gesetzt hat. Der hat ja noch nicht mal gespielt, wenn drei zentrale Mittelfeldspieler gefehlt haben. Und ja, die Zeit ist halt jetzt bei ihm vorbei. Ich habe wenigstens nochmal ein geiles Spiel gehabt. Das Ding, was war das Meppen, oder? Wo er eingewechselt wurde, wo er an zwei Toren dann direkt beteiligt war. In der Händenrücken auch, ne? Nein, in der Rückzug. In Meppen. Ah, wenn er dann alles auch weggeräumt hat, an zwei Toren beteiligt. In der Händenrücken hat er noch ein paar Meereinsätze gehabt, aber dann später war er irgendwie völlig draußen. Ja, in Osnabrück hat er sogar getroffen bei dem Film. Ja, genau, das meinte ich, das hatte ich gerade im Kopf. Ja, schade irgendwie. Ja, ist ein bisschen schade, ist eigentlich auch noch einen guten Eindruck, sonst ist ein guter Typ. Aber okay, der hat im Herrn schon einen neuen Verein gefunden, der geht nach Aalen, quasi in seine Geburtsstadt, für die er zwar noch nie gespielt hat, aber das ist ja alles also Heimat. Dann gehen wir mal so langsam ins Mittelfeld über. Sebastian Waffza. Kampfsau. Ja. Auch, auch, wenn er denn gespielt hat, also der war ja parallel mit Ruprecht dann in der Rückrunde auch viel verletzt. Also, ja, nicht ein paar Spieler wechseln. Ja, doch, der hat dann auch gefehlt, dann hat er gespielt, dann hat er gefehlt, irgendwie so. Ich denke, das hast du ihm am Ende dann auch ein bisschen angemerkt, aber auch ein ganz wichtiger, kann auch ein ganz wichtiger Spieler sein, da eben, war ja glaube ich auch als Rechtsverteidiger am Anfang so ein bisschen eingeplant, aber nachdem Kuhn dann so gut funktioniert hat, dann auf der Sechs eben auf Zentral- und Mittelfeld eingesetzt und das war wirklich, ja, also auch ein wichtiger Baustein. Ja. Wen haben wir noch? Robert Andrich. Sag ich lieber nichts. Ja, viele Tiefen, auch Höhen, also klar, unheimlich talentiert, aber auch unfassbar Mannschaftsschädlich, also zwei Tätigkeiten zu kassieren und relativ kurz hintereinander und somit auch maßgeblich den Nicht-Aufstieg. Und zweimal genau der gleiche Scheiß. Genau das gleiche, verliert irgendwie den Zweikampf im Mittelfeld. Ja, also du hast, man hat schon gesehen, dass er im zentralen Mittelfeld ein Spieler ist, den du so nicht ersetzen kannst, der eine gute Übersicht hat, der auch eine Präsenz ausstrahlt, der auch in die Zweikämpfe geht, der das Spiel ordnet, aber dann eben auch sich so Dinge zu so Dingen hinreißen lässt, wo die Mannschaft unglaublich schädigt und ja, seinen Wechsel nach Heidenheim bekannt gibt. Klar, das ist seine Karriereplanung dann eben letztlich, aber ja, also im Prinzip letztlich durch diese Platzverweise auch nur eine mittelmäßige Benotung von mir. so erobert ja nicht unsere Herzen. Ich verstehe auch nicht, warum der nochmal gespielt hat am Ende der Saison. Ja gut, du bist ja eh unerwittlich. Nee, komplett. Und zumindest hätte ich es gerne erklärt bekommen, warum er spielt. Also ich weiß nicht. Ja, weil er eben besser ist als andere. Ja, aber wie definierst du denn besser, wenn der im nächsten Zweikampf im Mittelfeld wieder runterfliegt, dann sind wir einer weniger, der fällt wieder die nächsten Spiele. Ja, sehr ehrlich. Ja, gut. Ja, ja, ist, geht auf jeden Fall weg. Muss zumindest von seiner sportlichen Qualität ersetzt werden. Wie nur einige andere. Na, machen wir erstmal hier so die die Stammbesetzung da weiter. Auf außen. Stefan Andrist kam vor der Saison aus Rostock und hat als einziger Spieler in allen Spielen gespielt. Also in allen Ligaspielen. Ja, also das war ja so Das hat selbst Kolke nicht geschafft. Ja, das war ja so jemand, wo ich am Anfang so dachte, haben wir uns da nicht so ein faules Ei ins Nest gelegt, weil er da so am Anfang entweder hat mir noch Fitness gefehlt oder der Trainer hat ihn noch so ein bisschen motiviert, wo er dann ja immer eingewechselt wurde. der kam ja wurde ja geholt und man dachte, okay, das ist ein kleiner Stammspieler. War dann ja letztlich auch so, er scheint immer mal so einen kleinen Motivationsschub zu brauchen. Also er hat so das Gefühl von der Körperspannung und der Körpersprache, dass er sich so ein bisschen mal auch hängen lässt, aber irgendwie ist er dann auch da und ich fand jetzt seine Chancenverwertung recht gut. Natürlich hat er auch ein paar liegen lassen noch, was ich so vorher auch aus Rostock, was sie da so, sofern man das ernst nehmen kann, was da so geschrieben wird, hat er da wohl deutlich mehr Chancen liegen lassen, als er gemacht hat und bei uns, ja. Ja, 15 Treffer, das ist schon eine ziemliche Ansage. Ich weiß nicht, die ersten Spiele hat er uns noch so ein bisschen in den Wahnsinn getrieben, weil er nicht richtig nach hinten gearbeitet hat. Ja, genau, da ist er gerne mal vorne stehen geblieben und vorne hat er dann die Chancen trotzdem versemmelt. Aber da habe ich ihn eigentlich gar nicht mehr negativ gesehen in letzter Zeit. Das ist alles wunderbar. Ja, ja. Offensichtlich hat er erstmal so ein bisschen sich die Hörner abschlossen müssen oder Rehm hatten erstmal ein bisschen einordnen müssen, aber klar, zwischendurch gab es auch Tiefen, aber insgesamt auf jeden Fall eine der Saisongewinner, würde ich auch sagen. Auf der anderen Seite wo ist denn hier, also der ist hier bei Stürmern aufgelistet, machen wir mit dir die Hörner die Hörner die Hörner die Hörner die Hörner neben Kuhn für mich die andere große Überraschung. Also, dass er Potenzial hat, war klar, aber bei ihm fand ich dann so, diese Spritzigkeit oder auch diese Fähigkeit mit Schnelligkeit am Gegenspieler vorbeizugehen, das hätte ich in dem Sinne, wenn das bekannt ist, können sich Gegenspieler auch darauf einstellen, aber ich fand irgendwie so, gegen Ende hat er sich dann auch irgendwie so, es wirkte auf mich so, als wäre da irgendwas, der hat dann nicht mehr so unbekümmert oder zielstrebig gewirkt wie noch am Anfang, auch wenn er da viele Chancen gesemmelt hat noch, hat er den auch Tore gemacht oder aufgelegt, aber gegen Ende hat er sich nicht so richtig durchsetzen können, ich weiß nicht. Zumindest hat er relativ schnell den Kopf dann unten ab, fand ich, also wenn die erste, zweite Aktion nicht geklappt hat, dass er sich dann so ein bisschen hat hängen lassen, weil es halt vorher nicht geklappt hat, das ist mir auch aufgefallen. Gut, da war jetzt auch die ganze Mannschaft ja dann halt eben, hingen ja dann so durch da irgendwie in der Niederlagenserie, dann kannst du von einem 19-Jährigen erraten. Wo es ist halt, wenn du ihn bringst, hast du irgendwie nochmal Schwung drin und so und der war dann erstaunlich schnell verflogen, ansonsten noch. Also grandios, was er so zwischendurch abgerissen hat. fantastisch schnell durchgesetzt. Also ich hatte anfangs gedacht, das hat so typische der erste oder zweite einletzten Spiele irgendwie, aber er hat dann sehr viele Spiele von Anfang an gemacht. Genau und Leipzig hat ihn ja auch nur verliehen. Reddemann haben sie abgegeben und Leipzig hat diesen Spiele nur verliehen und du hast halt auch gesehen, warum. Und man hat auch in dem Vertrag war ja dann auch so, dass er sollte dieses Jahr dritte Liga spielen und nächstes Jahr zweite Liga. Genau. Und das macht auch Sinn bei ihm, denke ich mal, vom Potenzial her dürfte der auch ja auf jeden Fall zweite Liga spielen können, wenn er eben seinen Weg weitergeht. Also auch vom Talent her jemand, den du so in der Form glaube ich nicht hast und jetzt ihn halt auch leider nicht mehr hast. Ja, also man macht sich noch so ein bisschen Hoffnung, ob man vielleicht auch nochmal ein Jahr kriegt, aber ich glaube auch nicht dran. Also es gibt wohl Gespräche mit mehreren zweiten Gästen. Da muss viel schief gehen in den Gesprächen. Ich glaube, der könnte auch in den Kiel landen oder so. Ja, ich habe auch stehen im Pader-Cast habe ich das auch schon an den Pader-Borner-Kollegen, die haben den ja gerade kennengelernt. Die haben noch Knoten in den Füßen. Die könnten den vielleicht auch gebrauchen. Nicht, dass ich den jetzt aufdrehen möchte. Also es ist schade, aber so ist das Geschäft dann eben auch einfach. Naja, klar. Ja, aber gut, ich meine, wusste man auch von vorher, wo man, also beziehungsweise wir noch nicht ganz. Das kam erst irgendwann im Laufe der Saison dann mal raus, wie diese Option da eigentlich zu verstehen ist. Anfangs ist es nur irgendwie erst bis 2019 ausgeliehen mit der Option und man wusste glaube ich nicht genau, was sich dahinter verwirbt. Und da kam das dann raus, dass die halt nur zieht, wenn wir aufgestiegen wären. Gut, dann Maximilian Dittgen. Das war's für dich, Gunnar. Das war's für mich. Der kam kurz nach Saisonbeginn als Laie vom 1. FC Kaiserslautern. Hat anfangs auch gleich mal gut gestartet, weil das Spiel gegen Oda im Pokal war das ja ein erstes gleich, so ein erstes Einsatz, meine ich. Ich glaube, ja. Und hat da schon gleich mehrmals mit einem starken Antritt und guten Flanken da irgendwie auf sich aufmerksam gemacht. Das waren so ein paar Spiele, wo man schon dachte, ja, da haben wir richtig in den Treffer gelandet. Dann war er erst mal verletzt. Irgendwie war eine ganze Zeit lang rausgefallen. War längere Zeit weg, kam jetzt in der irgendwann in der Rückrunde der Nails wieder nach. Oder Anfang der Rückrunde. Ja, aber ich meine, der hat dann bestimmt so zehn Spiele mindestens verpasst. Ja, ja. War lang weg. So, und dann war es ein bisschen wechselhaft, würde ich sagen. Also, ich fand ihn meistens ganz okay bis gut, wenn er tatsächlich auf links außen gespielt hat. Hat er aber nicht immer. Also dann wurde er teilweise, wurde er als zweiter Stürmer gebracht. Teilweise hat man sogar, gerade wenn es im Spiel nochmal gewechselt wurde, dann hat man als Liebten-Verteidiger gesehen und sogar ein paar Mal als zentralen Mittelfeldspieler. Und das fand ich fast immer verheerend. Ja. Da weiß ich nicht genau, wie Rehm auf die Idee kommt, dass das eine gute Idee ist. Also ich sehe den halt ganz klar auf links. Da kann er sowohl mit seiner Geschwindigkeit als auch mit seinen guten Flanken glänzen. Aber guten Abschluss hat er zum Beispiel nicht. Er hat auch kein Tor geschossen, oder? Nee, glaube ich. Kein einziges. Und meistens waren die Versuche, also auch wenn er in guter Position war, fast ein bisschen kläglich. Ich glaube, er ist halt einfach kein guter Finisher. Von daher ist er eher so eine Vorbereiterrolle, so auf außen. Ist ja auch nicht schlimm. Man muss ja auch nicht da spielen. Vor allem, weil jetzt kann er ja wieder auf links spielen. Ja, klar. Momentan, also wenn jetzt Diabosie weg ist, dann sehen wir anderes rechts und Dittgen links. Gut, werden sicherlich noch welche kommen. Ich denke halt, dass Dittgen, also so, die Anfangshoffnung, die man tatsächlich bei ihm hatte nach dem Pokalspiel und auch kurz danach, das war dann irgendwie schon kein Vergleich mehr in der Rückrunde, von dem, wie er da gestartet ist. Und natürlich haben die Positionswechsel ihm auch nicht gut getan. Aber letztlich hatte er so das Problem, dass Blacher halt auch hatte, dass halt so die richtige Position war für ihn halt nicht da, nur dass der Trainer bei ihm halt auch gewillt war, ihn trotzdem einzusetzen. Ja, hat viel gespielt, auch wenn wir es zumindest auf unserer Sicht, auch wenn es nicht gerechtfertigt war. Also, es waren einige Spiele, wo wir dachten, boah, also kein Liebling. Das war übel, aber das nächste Spiel hat er wieder von Anfang an gespielt. Kein Liebling der Nordkurve. Ich sehe bei ihm aber trotzdem noch ganz gute Ansätze immer. Ja, und ich sehe auch das Potenzial, dass da... Genau, das macht mir auch Hoffnung, wir haben ihn ja jetzt dann fest verpflichtet, ne? Genau, das kann man gerade ergänzen, der ist... Durch den Abstieg von Lautern vermutlich auch einfach so ablösefrei, oder? Genau. Ich glaube, dadurch hat er seinen keinen Vertrag mehr in Karlslautern gehabt und jetzt ist er fest verpflichtet bei uns, genau, erst 2020. Also, es kann schon noch was werden, denke ich. Das würde ich jetzt nicht wegschenken nach der Saison. Ja. Dann schauen wir mal weiter. Philipp Müller. Viel verletzt, verdrachtlich verlängert, was willst du sagen? Komische, komische Fotos gepostet. Ist ein bisschen schade, weil so mit seinen, ich sag mal, mit seinen Dribbelfähigkeiten... Ja, aber er hat ja auch viel zu selten gezeigt. Ja, ja gut, ich meine, er war halt jetzt fast die gesamte Welt verpflichtet. Aber irgendwie auch schon davor, fand ich. Ja, letztes Mal. Also, ich kann mich an ein richtig brillantes Spiel von ihm erinnern und das war es. In Mainz? Ja, genau. Siehst du, dir fällt es auch sofort ein. Ja, ja. Das war, ja. Das reicht er nicht. Ich glaube, da wäre viel mehr möglich gewesen bei ihm, das ist ein bisschen verschenktes Talent. Ja, das könnte ich mir halt auch vorstellen, dass der jetzt halt zum anderen Drittligisten geht und dann nächst dann eine richtig starke Saison spielt. Das kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. aber eine Viertligisten vielleicht. Ich sehe, die nächste Saison wird er schon auf uns zukommen. Aber da sprechen wir beim nächsten Mal drüber. Ja, nächstes Jahr ist ein Pokal ein Schwelles. David Blacher. Ja. Ist für mich so ein bisschen so eine tragische Figur. Vor allem, dass er im Vertrag immer noch weiterläuft auch. Ja, vor allem ist er, ich glaube, jetzt einer unserer Rekordspieler. Also der hat, glaube ich, also nach Alf natürlich, aber ich glaube, danach irgendwie so mit die meisten Spiele im gesamten Kader für den SV Jens. Ich glaube, du bist der einzige Spieler, der unter Rehm, der vorher gut war und unter Rehm jetzt keine Rolle mehr spielt. Du weißt ja nicht, vielleicht wäre er ja noch gut, er darf ja nicht. Ja, aber der Trainer sieht es zumindest nicht in die anderen Spiele, die vorher gut waren und gespielt haben, spielen ja auch eigentlich weiter. Ja. Auch wenn es jetzt nicht, ja. Und Blacher ist tatsächlich der Einzige, der vielleicht noch mit Funk, aber Funk war nie so gut wie Blacher, würde ich sagen. Das ist der, der halt aussortiert wurde und ich glaube, weil der halt mit zwei Stürmern spielen lässt und dann für den Blacher einfach die Position so ein bisschen fehlt, aber er ihn auch halt anscheinend in der reinen Rangfolge relativ weit hinten sieht. Ja. Also wenn man gerade halt so vergleicht mit Dittgen, mit seinen vielen Einsätzen, war es für mich jetzt halt als Außenstehende, natürlich, wir sehen das Training nicht und sonst irgendwas klar, aber für mich war es so unverständlich, dass so im direkten 1 zu 1 vielleicht Dittgen dann so viel Einsatzzeit bekommen hat und Blacher dann maximal dann halt irgendwie mal kurz vor Schluss eingewechselt wurde. Aber, ähm, okay. Hat denn Jena doch ein Tor gemacht, glaube ich, gell? Ach, hör mir auf mit Jena. Ja, Er hat auch gegen Schalke getroffen. Ja, stimmt. Ein Jocker. Dann, ähm, Warte. Ja, genau, hat jetzt noch ein Jahrvertrag, aber den haben wir auch, das können wir vielleicht gerade mal so aus dem Nähkästchen plaudern, als wir so da nach dem letzten Sonspiel da so durcheinander standen, den Spielern, da habe ich auch mal so kurz von der Seite angequascht, wie man das so macht. Herr Gunnar macht das, ich habe das nicht gemacht. Ja, der Mann von... Nee, halt mal, einfach mal gefragt, wie es ausschaut, ob er jetzt im Sommer nochmal neu angreift, wollte ich natürlich hören, ja, ich, jetzt im Trainingslager und neue Saison und dann wird alles gut oder sowas, aber da kam eher so, naja, wenn ich darf, irgendwie, naja, so, irgendwie so ein... Was sollt ihr denn sagen nach so einer Saison? Ja, keine Ahnung. Ich schocke ihm einen Vertrag ab und gut ist. Nee, ich glaube eher, also wurde jetzt deutlich, gab es auch schon ein Gerücht, dass Lotte, glaube ich, an ihm interessiert wäre. Boah. Weiß ich jetzt nicht, ob er so verzweifelt ist, dass er jetzt an Lotte geht oder sagt, ist egal, ich will jetzt einfach spielen und Lotte sind wir dann auch. Lotte wird ja immer in der dritten Liga bleiben. Genau. Von daher, keine Ahnung, ist aber auch noch nicht, noch nichts fix. Ich will bitte mit Adam Strait zusammenspielen. Ja, da wird nämlich gerade verlängert. Das wollen wir alle, aber irgendwie. Okay, weiter geht's. Kevin Pezzoni. Tja. 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 Ja, also war ja auch lange verletzt, kam dann zurück, hat die Bälle in die Spitze gelupft und also hat er mich so aufgeregt, genau, in Großaspach hat er ein Tor geschossen aus einer Meter Entfernung oder 50 Zentimeter. Ja, also kam aus der Verletzung, hat dann gespielt und war dann am Ende wieder raus. so, also. Naja, weil ein paar ja auch zurückkamen. Ja, aber hat dann ja auch gar keine Rolle mehr gespielt. Also so, wenn du vorher mehr oder weniger Stamm spielst und dann wirst du normalerweise zumindest mal eingewechselt oder keine Ahnung was, da war dann wieder gar nichts mehr und gut, war vielleicht schon absehbar, dass er nicht bleibt, oder? Genau. Ja. Den habe ich auch noch von der Seite angequatscht, gefragt, wie es ausschaut, auch schon was Neues in Aussicht hat. und ich meine, ja, ist noch nichts unterschrieben, bla bla, aber er klang so danach, als geht da schon irgendwas. Der wird was relativ zu wenig kriegen, oder? Ja, ich denke auch, also Drittliga soll für den auf jeden Fall noch drin sein. Groß Asbach. Kann man andersrum, dass wir denen mal was abgeben. Keine Ahnung, oder Hansa Rostock, oder was. Der ist doch halb Italiener, Schweizer, was weiß ich. Kommt aus uns an. Kommt aus uns an. Dann sag ich Schott Mainz, die sind gerade abstiegen. Offenbach oder FSV Frankfurt, keine Ahnung. Meinst du ein Regionalliger? Also ich glaube, das wäre bestimmt nicht seine erste Lösung, aber kann natürlich passieren. Na gut, das sehen wir dann, vielleicht haben wir da ein bisschen. Geil, aber so Transferraten, wir machen mal eine ganze Folge, indem wir einfach irgendwie so Transfers vorhersehen. Ja, das können wir in der nächsten Folge haben. Den Niaco schenken wir uns, oder? Ihren Niaco, okay, klar. War vorher schon aussortiert. Den haben sie tatsächlich vom Freil aus nochmal auf irgendein Event geschickt, irgendwie so. Die machen ja manchmal so, dass sie in Schulen gehen oder so. Da habe ich auch in seinem Insta-Ding gesehen, dass er dann nochmal im Wehenanzug irgendwie irgendeine Schule sein musste. Wobei ich auch den Eindruck hatte, ich sage mal so, im Mannschaftskreis war immer noch voll integriert. Die haben mit dem rumgescherzt und sonst irgendwas. Der hat ja auch gemodelt für das Schäffler-Label. ja, also das ist, die haben auch Babysitter dann auch nicht. Genau, das Kind vom Schäffler dürfte er mal halten. Die sind wohl auch immer zusammen irgendwie weggegangen oder so, hat man öfter gesehen. Dann gehen wir mal zu den Offensiveren. Ja, hier, gut, ich glaube in der Wikipedia müssen wir nochmal neu sortieren. Schon Schwardorf ist da auch als Stürmer aufgelistet. Den hätte ich eher noch so als offensiven Mittelfeldspieler gesehen, aber gut, je nachdem wie man es... Ist auch egal. Der hat auch viel lang verletzt. Ja, hat er überhaupt jetzt zwei, drei Spiele hat er jetzt gehabt oder irgendwas maximal. Viel mehr war es nicht. Der Klamotten kam jetzt ganz gegen Ende, kam der nochmal... Wurde er nicht verabschiedet, obwohl sein Vertrag ausläuft? Richtig. Hab auch jetzt gelesen, beziehungsweise es war am letzten Spieltag, wurde das glaube ich schon irgendwie so mitgeteilt. Hast du den nicht von der Seite angequatscht? Was ist denn da los? Den habe ich nicht angequatscht. Ja, habe ich nicht jeden angequatscht, nur halt die Karte zufällig neben mir standen. Jules. Jules, oder Jules? Jules Schwadorff. Der soll jetzt wohl nochmal irgendwie die Sommervorbereitung mitmachen, Tretenslager und so weiter und dann wird entschieden, ob er... Ohne Vertrag ist er. Ja, wahrscheinlich kriegt er irgendwie so einen Gastspielervertrag oder irgendwas, damit das auch... Auch geil, also wir setzen voll auf dich. Ja, das ist im Prinzip halt wie so ein Gastspieler halt. Ja, eigentlich ist er auch fast neu zu gehen. Also ich meine, gut, da muss man sich halt auch nicht wundern, wenn er woanders in den Vertrag kriegt, dass er dann halt weg ist. Aber gut, dann wäre es halt so. Ja, wenn er für einen komplett überzeugt wäre, hätten sie dann ja schon nix. Ich nehme an, das Risiko nehmen sie in Kauf, aber vielleicht hat er halt auch Bock, irgendwie sich jetzt halt hier nochmal zu beweisen. Ich meine, er konnte halt unter dem Rehmau noch nicht viel zeigen. Ich glaube, der war ja auch letzter. Ja, der hatte leistet, gell? Ja, genau. So, und von daher, mal gucken. Dann, weiter im Text. Manuel Schäffler. Ich dachte, mit dem hör mal auf. Ja, Maschine, was soll man da sagen? Torschützenkönig, völlig zu Recht. Ja. Ja, nicht zu ersetzen vorne. Zum Glück nicht viel verletzt oder dann auf die Zähne gebissen. Aber du siehst halt dann auch, ja, wenn halt ein, ich meine jetzt, angenommen, die Saison liefst du, wer so glaubt, wie soll, dann hast du einen Schäffler, der nicht richtig kann, einen Kolke, der ausfällt. Pff, da wäre, ein Berufrecht, der nicht fit ist, ein Mockenhaupt, na, was machst du da in Aue? Ja, das wird doch nichts. Ja, du hast natürlich einfach Spieler, ja, einen Kolke hinten, einen Schäffler vorne, einen Andrich in der Mitte, oder auch einen Kuhnhoff als Außenverteidiger, da hast du keinen entsprechenden Ersatz. Das ist auch irgendwo normal, ja, sonst wären es ja keine unumschrittenen Stamm- oder Führungsspieler. Und von daher, ja, wenn sich der Schäffler jetzt eine Vorbereitung, weiß ich, was tut und länger ausfällt, ja, dann musst du erst mal gucken, wie das startet. Kannst du mal auf, um zu reden, bitte, ich kriege Angst. Nee, also ganz, ganz wichtig und da wäre es schon gut, wenn wir da, gerade wenn die, wo sie auch weg ist, da vorne auch nochmal Michel holen, was? Nehmen wir es wahrscheinlich ins Kiechen, aber ja, ja, mal gucken. Und hoffen, jetzt rede ich, dass irgendwie 1860 den doch wegkaufen möchte, was zwischenzeitlich war, zumindest von irgendwie, was ich glaube, Abendzeitung München irgendwie gerüchtet wurde. Dann rastet die aus. Ja gut, die haben natürlich vorne den Mulders, der hat jetzt auch noch gar keinen Vertrag für die neue Saison, habe ich jetzt gehört. Das ist aber der Einzige, den ich wirklich mag. Und dann wiederum würde das auch mit dem Schäffler für 60 vielleicht wieder Sinn ergeben. Aber vom Prinzip, wenn der Verein jetzt wirklich nächste Saison auch was vorhat, kann man den nicht freigeben. Nee, natürlich nicht. Und wenn 60 sagt, wir bezahlen euch keine Ahnung 100.000 oder 200.000 und würde ich sagen, nee. Ich glaube, das ist auch noch nicht ein Betrag, wo dann jetzt irgendwie nachher geht. Ja, was weiß ich. Und 60 ist ja jetzt auch nicht. Ich meine, die sind ja abhängig von ihrem Investor und ob der jetzt da sagt, hier, ich hau doch mal ein paar Millionen raus. das sagen sie jetzt. Wie wollte ich das denn dann machen? Ja, ich weiß auch nicht. Keine Ahnung. Gut, wir sind jetzt erstmal noch beim Rückblick. Genau, okay. Dann, ähm, Patrick Breitgoiz. Tja. Oft so langsam im Antritt. Ja. Dann sich gesteigert, ein paar Buden gemacht. Ich denke, also die mangelnde Geschwindigkeit ist auch das wesentliche Problem. Also gerade auch in einem Spiel, wie es Rehm spielt, da kannst du dir keinen davon erlauben, der einfach nicht das Tempo mitbringt. Ich glaube, er ist ein sehr guter Fußballer. Also das kannst du immer mal wieder so ansatzweise sehen. Irgendwie, äh, auch mal, was ich, wenn er Mitspieler einsetzt und so im Überblick und dies und das, weil Behandlung meine ich, das ist schon gut. Also das ist auf jeden Fall mindestens Drittliga-tauglich. Aber, äh, Tempo fehlt halt und dann ist er jetzt auch nicht so der Riesenknipser. Ja, die Schusskraft fehlt auch ein bisschen. Ja. und das ist natürlich in der Kopf, also er hängt sich rein, er ist auch, äh, Kopfball ist okay, ähm, aber insgesamt kann ich schon, also kann ich schon auch verstehen, wenn man da sagt, okay, dann, äh, dann verlängern wir den Vertrag nicht und, ähm, den hatten wir letztes Jahr in der Winterpause. Wirklich weiter bringt er dich auch nicht. Letztes Jahr in der Winterpause geholt in der Verletzung und das war dann so ein bisschen die Hoffnung, der kommt dann ganz groß raus und so groß kam er dann halt eben nicht raus. Also in der Hintenrunde hat er noch die meiste Zeit gespielt neben, äh, dem Schäffler als zweiter Stürmer. Aber dann, äh, mit der Verpflichtung von Simon Brandstetter dann im Winter war er eigentlich dann komplett raus. Super Überleitung. Genau, der war bei Simon Brandstetter, kam im Winter, hat einen Vertrag das nächstes Jahr und ja, wie gerade gesagt, äh, hat er eigentlich so ziemlich jedes Spiel gemacht. Hat er auch einige Tore erzielt, ackert auf jeden Fall viel, ist, äh, so ein richtiger... Nicht immer Glück gehabt, aber hat sich gut reingehängt. Ja, also das ist auf jeden Fall, äh, ja, so eine Kampfsau da vorne drin, kann man sagen. Sollte keine Ankündigung vor dem Spiel raushauen. Ja. Wie in Münster. Ja. Da knallst er wieder. Ja, das... Genau. Aber nee, ansonsten auch sehr laufstark, äh, guter Einsatz und durchaus auch, äh, vor dem Tor mit der notwendigen Kaltschneuzigkeit. Ja. Also auf jeden Fall, äh, besserer, besserer Stimme als Breitkreuz. Zumindest für... Stand jetzt. Für das Stadt jetzt und für das, was wir da spielen, ja, genau. Dann haben wir hier noch, ähm, ähm, Dominik Martinovic. Der kam auch im Winter. Der ist noch, äh, ziemlich jung. Ja, hat lange gedauert, bis wir den dann mal zu sehen bekommen haben. Genau, richtig. Ja, der war ja auch ziemlich verletzt, vorher. Vorher, genau. Also, als er dann zu uns kam, dann war er zwar schon wieder... Er ist dann mit ins Training reingegangen direkt, ne? Aber es hat... Also, ich hätte trotzdem gedacht, dass er mal früher irgendwie... Hätte ich auch gedacht, dass es mal so diese, 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 diese Fünf-Minuten-Vorschluss-Einwechslung, wenn wir das, dass es schon mal früher kommt, das hat lange gedauert. Äh, war dann erst so die letzten paar Spiele, dass er mal ein paar Einsätze hatte. Ja. Ja gut, weil du natürlich auch nicht den, den Spielverlauf unbedingt hattest, wo du ihn dann bringen kannst. Also, wenn du halt hinten liegst, oder, ja. Ist halt die Frage, ob du den dann so überzeugt, warst du vielleicht noch nicht von ihm, ne? Ja gut, es gab ja zwischendurch auch so die Siegeserie, dann, äh, wo du halt auch schon mal mit zwei Toren geführt hast, irgendwie vom Vorschluss oder sowas, hättest du ja auch schon mal sagen können. Aber, das ist jetzt egal. Ja, da hast du mitunter aber auch schon dreimal gewechselt, oder keine Ahnung. Ja, stimmt. Aber, ja, äh, ich denke, der hat Potenzial und, äh, kann sich jetzt eben noch mal mit der kompletten Vorbereitung empfehlen. Ja, genau. Ich meine, der ist noch jung, da sieht man, hat man sich, da glaubt man sicher, dass der, äh, Potenzial hat, sich da weiterzuentwickeln. Gucken vielleicht so halt als Stürmer Nummer drei, ob er da regelmäßig dann zu Einsätzen kommt, warum nicht. Und, zum guten Schluss, äh, Stefanie Vibudulu. Ach, ein toller Abschluss. Ein toller Abschluss, weil den Namen hab ich dann jetzt vielleicht zum letzten Mal ausgesprochen. Ähm, ja, war auch lange verletzt und hat im Prinzip keine Rolle gespielt diese Saison. Also hat ein paar wenige Einsätze gehabt, aber, ich glaub, die kann man ja in der Hand erzählen, und so viel war es nicht. Ich kann mich an keinen einzigen Ried erinnern, muss ich sagen. Also ist keiner, der im Gedächtnis geblieben ist? Ich kann mich dran erinnern, wie er, ähm, hat er da auf außen gespielt, aber der hat für mich so körperlos gespielt oft, also so, äh, 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 mangelnde, mangelnde, ähm, Durchsetzungskraft. Also sicherlich ein Spieler, den du gebrauchen kannst, wenn er, also A, natürlich kannst du jeden nur gebrauchen, wenn er fit ist, aber dann halt, wenn er, wenn er Platz hat und ein bisschen kontern kann, so, aber das, ja, insgesamt auch zu wenig und ich glaube, die meisten seiner Einsätze waren in der Hinrunde oder alle. Alle, ja. Ja, also, und, da auch nur alle eingewechselt, also, nichts hängen geblieben davon. Wenn man die Spielminuten zusammenzählt, kommt man vielleicht auf 100. Äh, ja, sowas. Also, ja, wenn man es jetzt hart formuliert, sein Geld nicht wert, ähm, ja, aber halt auch zumindest, äh, immer verletzt. Ja gut, ich bin immer verletzt, ich bin immer verletzt. Verletzte hatten wir viele. Wie immer. Genau, so, ähm, über Zugänge sprechen wir beim nächsten Mal. Gott, wir haben jetzt so oft die nächste Folge angeteasert. Wenn die nicht richtig geil wird, Aber wenn wir das jetzt alles noch machen würden. Nein, 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 nein. Wir sind schon gleich wieder bei zwei Stunden. Ja, ja, zwei Stunden lang machen wir. Cut. Von daher würde ich sagen, machen wir jetzt auch hier, genau, Cut. Dann kommen noch ein paar News. Genau, also letztlich sind, wie viele Spieler weg? Neun? Neun weg. Neun gegangen. Eventuell, ich sag mal, Blacher, wenn der ein Fünftiges Angebot kriegt, dann darf der wahrscheinlich sogar ablösefrei gehen. Du hast ja eh zu viele Spieler im Kader. Oder mehr als mehr, als du brauchst auf jeden Fall. Und von daher, ähm, ja, genau. Ja, aber gut, es müssen einige kommen. Es ist, also ich glaube, so wollen sie ungefähr um zwei reduzieren, plus irgendwie ein, zwei Spiele. Also aus dem Nachwuchs kommen ein oder zwei schon mal dazu. Super Überleitung zum Nachwuchs. Ja, der Nachwuchs. Der Nachwuchs. Es ist, äh, ja, Licht und Schatten, mehr Schatten eigentlich. Ja, das ist nämlich sehr bitter. Die U19 ist aus der A-Junioren-Bundesliga abgestiegen. Und zwar, äh, so knapp wie es nur geht. Äh, und zwar um ein Tor. Also gleiche, gleiche Punktzahl wie Eintracht, als Erster-Dichter-Ferrenz, aber ein Tor weniger geschossen. Ne, gleiche Tor-Dichter-Ferrenz, aber die Eintracht hat mehr Tore geschossen. Genau. Ähm. Aber auch nur eins eben. Ja, letztlich, genau. Und, äh, das ist noch in der letzten Minute gefallen. Für die Eintracht, ähm, gut, hast natürlich auch eine, in den letzten acht Spielen, glaube ich, nicht mehr viele Punkte geholt. Das war, klar, man hat die Chance gehabt. Ja, du hattest vor allem die Ausgangslage, du gewinnst das Heimspiel und bleibst drin. Das wäre auch schon so gewesen, ähm, wobei dann Nürnberg, glaube ich, runtergegangen wäre, ne? Also du hast ja... Ja, ich glaube in der Konstellation, weil die Eintracht ja auch verloren hat. Ja, aber es war auf jeden Fall so, dass der Gegner auch hätte absteigen können. Genau, aber da hätte die Eintracht immer gewinnen müssen. Jetzt nicht, dass du hier gewinnst, du einfach dein Spiel und bleibst drin. Genau. Es ging um die drei, nein, nein, die wären schon drin geblieben. Ja, aber wenn die jetzt gegen ein Teamspiel, das durch gewesen wäre, wo es um nichts mehr geht, die vielleicht jetzt auch nicht so viel besser sind, wären natürlich noch mal vielleicht... Na klar, aber sie waren ja vor dem Spieltag, waren sie auf dem Abstiegsplatz und wären trotzdem mit einem eigenen Sieg auf jeden Fall drin geblieben. Genau, hätten sie Nürnberg überholt und dann wäre Frankfurt egal gewesen. Genau. Genau. Jammer, jammer, schade. Sehr schade, ja. Ja, gerade ein Jahr drin gewesen, dass es dann so knapp ist. Wir haben am Anfang gedacht, okay, wahrscheinlich sind die für die Hessenliga zu gut und in der Bundesliga wird es dann echt hart. Wurde es ja auch. Aber sie hätten es ja wirklich schaffen können. Und ich war am vorletzten Spieltag bei dem Spiel von der Eintracht, von der U19 und die haben gegen Unterhaching gespielt und lagen eigentlich, sie lagen glaube ich schon 2-0 hinten und haben dann am Ende noch in Unterzahl, haben sie das gedreht und dann noch, haben sie irgendwann nur noch zu neun gespielt und das noch über die Zeit gebracht und so. Also sowas kommt dann natürlich auch noch dazu. Während wehen glaube ich zeitgleich, ich weiß gar nicht mehr was, in München oder so. In München haben sie 3-2 verloren. Wo man glaube ich, ich habe mir diese Aufstellung nicht angeguckt, aber das war ja glaube ich dieses Wochenende, als die Bayern in der Bundesliga mit lauter A-Jugendlichen gespielt haben, als sie das Derby in der Regionalliga hatten gegen 1860. Ich weiß gar nicht, wer da überhaupt noch in der A-Jugend aufgelaufen ist. Also wahrscheinlich hatte man auch nie so eine gute Chance dazu gewinnen, wie wir. Ja, vor allem, weil die A-Jugend von Bayern hat es dann ja am letzten Spieltag auch grandios verkackt. Ja, ne? Die haben die Meisterschaft verkackt. Ja, die haben dann irgendwie sang und klanglos 3-0 gegen Augsburg verloren oder so und dann ist es hoffenhandel noch erster geworden. Aber gut, jetzt ist ja die Hertha-A-Jugend der U19 Meister erstmalig geworden. Ja, genau. Hilft uns auch nix. Hilft uns auch nix. Ja, das ist sehr schade. Zum zweiten Mal, nachdem war das, das ist auch schon einige Jahre her, da waren sie ja schon mal in der A-Jugendlichen Bundesliga und sind auch direkt wieder abgestiegen. Und jetzt halt eben wieder und es war halt ultra frustrierend, weil das war am gleichen Tag wie das Spiel in Paderborn. Das heißt, da liest er erst im Ticker dann vom dass die U19 absteigt und dann auch noch letzte Chance auf die Relegation von der ersten Mannschaft dann vergeigt. Also der Tag war so richtig scheiße. Genau, ich wollte eigentlich mit nach Paderborn und konnte dann auch nicht, weil sich meine Tochter übergeben hat. Also das war dann, so habe ich mich dann auch gefühlt. Ich glaube, du brauchst mal so einen Familienpodcast, so bei allem, was hier so durchkommt. Da konnte ich nicht und da konnte ich nicht verhandeln zum letzten Spieltag und da hat sich da mein Kind übergeben. Ja, zu viele Kinder, zu viele Frauen jetzt nicht, aber zu viele. Ja, dann gibt es aber auch was Erfreuliches aus dem Nachwuchsleistungszentrum und zwar ist die U17 Meister geworden in der Hessenliga. Also das ist im Prinzip die... Ja, das erwarten wir schon. Das erwarten wir schon. Das erwarten wir schon. In der Hessenliga. Ja. Nein, gut. Ja, die Hessenliga ist im Prinzip das, was noch auf regionaler Ebene ist und dann gibt es da drüber auch die... Das ist ja wie eine A-Jugend. Eine A-Jugend ist das heißt das auch so. Und jetzt gibt es ein Aufstiegsspiel gegen den Meister aus der... Bei denen heißt das Regionalliga, ne? Regionalliga Südwest? Das ist dann Trier oder was wieder? Äh, ne. Die freuen sich, wenn wir da wieder ankommen, wofür wir gewinnen. Ich habe es heute gelesen, das steht noch nicht fest, wer da der... Okay. ...der Gegner sein wird. Es könnte möglicherweise... Oder voraussichtlich DJK SV Phönix Schifferstadt. Oh, die sind nicht schlecht. Kennst du natürlich aus einer F, ne? Also, wie heißen die? Phönix Schifferstadt. Da würde meine Oma, hätte das noch nie gehört und würde sagen, oh, die sind gut. In der Pfalz ist da, oder? Ist das nicht so eine Ringehochburg? Das ist, äh... Hat die nicht gegen Gormazia Boms gewonnen? Haha. Würden wir nicht mehr ausgreifen. Wir haben bestimmt einen geilen Ground. Ja, wann wird denn das stattfinden? Im Hinspiel am 10. Juni. Rückspiel. Steht da jetzt gerade nicht. Ja, auf jeden Fall... Rückspielen nach Bedarf. Das ist jetzt... Das ist jetzt aber... Genau. Da ist jetzt insofern ganz interessant... Oh, Mainz 2 hat da... Ist der Erste. Die steigen direkt auf, oder was? Mainz 2? Ach, die dürfen nicht. Keine Ahnung. Ich bin jetzt bei der U17. Ich weiß auch nicht. Regionalliga, Südwest, B-Union. Hört uns zu, wie wir live ratlos über die Wellen hängen. Vielleicht darf Mainz 2 eben nicht hoch, weil Mainz 1 da schon ist. Ach so, ja, in der... Ne? Ja, in der Bundesliga haben die irgendwie Kinderüberschuss, oder was? Phoenix Schifferstadt. Ja, die haben noch ein Spieltag. Ja. Und könnten noch von Sabotten noch eingerückt werden. In Gonsenheim nicht mehr, ja. Gonsenheim kommt... Gonsenheim und Laudern 2, was ist denn das? Und dann kommt erst Trier, siehst du mal. Ey, gut, dann ist das so. Genau. Ja, es ist insofern noch da ein paar Personalien noch ganz interessant. Der Trainer, Damir Agovic, der bis jetzt die Billion trainiert hat, der wechselt jetzt zur Eintracht, wird dort U15-Trainer und parallel in seiner Heimat Montenegro will er die Fußballlehre in Lizenz erwerben, weil sie jetzt auch nicht mehr das funktioniert. Ja, das war ein guter Plan. Fair Studium. Jedenfalls, der geht. So, und sollte die U17 den Bundesliga-Aufstieg schaffen, wird Nils Döring, der ist ja bisher Trainer der U19, die Mannschaft übernehmen und sollte die B-Jugend den Sprung nicht packen, wird Dörings Co-Trainer Stefan Kühne bei der künftigen U17 übernehmen. Ja, dann ist es halt auch egal, aber ansonsten offensichtlich so, dass die ranghöchste Mannschaft dafür ist dann jetzt offensichtlich Das ist ja aber auch witzig, wenn du das so besprichst und sagst, ey, wenn die aufsteigen, dann kriegt das jedes Schelf und wenn die nicht aufsteigen, dann macht das Lekor und so. Ja, wir auch. Wie das so ist. Genau. Ich drücke die Daumen und verfolge es im Livestream. Im Livestream mein Zimpsen? Nee. Ja, du schickst da wieder so Live-Ticker rum, die nicht funktionieren wie am letzten Spieltag. Ich schicke den Mucka hin und der soll mir berichten. Ja, was denn? Ja, gute Idee. Ja, dann wäre es das so an News. Wir haben noch die Britta-Arena. Das ist schon so dann der Übergang zum Bunden. Das ist schon bunt. Das ist schon zu bunt. Das ist, da wird es mir auch zu bunt. Ja, genau. Gestern war der 90er, nee, nicht gestern, vorgestern, am Samstag war das. Samstag, dass dann die was trinken konnten, die Leute. Genau, war der 90er-Party. Ich bin so enttäuscht, dass ihr da nicht wart. Nee, war ich tatsächlich nicht und hatte ich auch nicht vor, aber viele andere waren dort. Da waren, was habe ich gelesen, 10.000 Menschen. Das war ausverkauft. Dass dieses Ding mal ausverkauft ist, hat man seit dem Schalke-Spiel nicht mehr. Die haben über 10.000 ausverkauft. Ja, stimmt. Das ist natürlich dann halt eine Bühne vor der einen Tribüne. Die standen schön auf unserem Rasen alle, die Idioten. Nein, die Leute, die da waren. Die musikbegeisterten Mitbürger. Ja, die ab 14 Uhr in der prallen Sonne standen und sich für 10 Euro Cocktails reingezogen haben. Ich habe aber gelesen, sie haben dann noch Tribünen spontan aufgemacht, damit die ein bisschen in den Schatten konnten. Ja. Also waren die nicht nur auf unserem Rasen, die waren auch auf unserer Tribüne. Na gut, die Westtribüne muss ja nochmal genutzt werden. Ja, auf jeden Fall ist die Britta Arena als Event-Location jetzt voll angekommen. Ja, da wurden auch manche Leute da irgendwie in diesem Kurierartikel zitiert, so von wegen, das wäre toll, wenn da öfter sowas wäre. Wenn da öfter mal irgendwas stattfindet. Den Verein gar nicht mehr und das Stadion lasst bitte hin. Das will irgendwann kommen. Ich habe nur gehört, der Dominik, der war bei mir, der hat gemeint, dass dieser eine Ordner, dieser Stressordner, dieser Glatzkopf mit den Tattoos, der nicht mehr kommen darf zu den Heimspielen. Der war da wieder? Ja, der war da aber wieder voll am Start bei der 90er Party. Als Ordner? Als Ordner und hat dann da für Ordnung und Sicherheit gesorgt. Ja. In bekannter Art und Weise. Okay. Gut. Schön, dass ich den verpasst habe. Ja. Neulich war dann auch irgendwie so ein Konzert von irgendwelchen Russischen. Von Katina TV. Ja, irgendwie gesponsert oder veranstaltet von Katina TV, glaube ich. Das waren dann so russische. Ja, die hängen ja irgendwie mit drin in der Britta Arena da Katina TV. Oder? Also ich sponsor, ja, das sieht man ja öfter am Rand. Die haben das halt initiiert und die sind ja daran interessiert, Einnahmen zu generieren und ein Kumpel, also jemand, den ich halt auch kenne, weil der in der Nachbarschaft wohnt, der ist bei der Feuerwehr, der hat da auch Dienst gehabt und ja, die wollten dann wohl da noch, die hatten auch noch eine Genehmigung, wir sind zehn und dann abends und dann wollten sie wohl noch ein Feuerwerk zünden danach, die wollten überziehen und dann haben die dann auch schon gestehen, den Stecker. Naja gut, also ich glaube, da war richtig was los. Also ich glaube, da wäre ich sogar hingegangen. Wenn ich hier gewesen wäre, wäre ich glaube ich sogar hingegangen, weil das irgendwie so witzig war. Man hat nur nichts verstanden, weil sämtliche Ankündigungen alles auf Russisch, also wo man Tickets bekommen konnte, online hat man dann schon gesehen. Das hält mich doch sonst nicht ab. Das hält mich auch sonst nicht ab, natürlich nicht, aber da waren lauter so frühere Eurovision Song Contest Acts und das ist ja so mein Ding. Ja, das wäre kein neuer Ground gewesen. Nein, das wäre kein neuer Ground gewesen. Aber also Werker Sedutschka mal live zu sehen, das hatte ich bisher noch nicht. Wie hat er gesagt? Das waren halt so russische Stars, so wie die russische Helene Fischer. Habe ich meint, ist die nicht Russin? Ja, es waren ja nicht nur russische, also Werker Sedutschka ist jetzt auch Ukraine, die waren alle auf der Ecke. Aber die, die in Russland bekannt sind auf jeden Fall. Egal, für das Zielpublikum von Katina TV wahrscheinlich. Genau. Aber dass selbst da deutlich mehr kommen als zu unseren Heimspielen, naja. Ja, vielleicht sollten wir bei Katina mal eine Werbung schalten, Rude. Mal umgekehrt. Wir müssen einem russischen Spieler verpflichten. Ja, russischen Spieler verpflichten. Nee, wir brauchen eine Halbzeitshow. Ach, komm her auf, ey. Wie heißt die, Kardutschka? Svetlana. Werker Sedutschka in jeder Halbzeit, geil. Das wäre das Einzige, was mich gefällt. Ach ja. Unterwahl von Dr. Love. Oh ja. Ah. Hm. Dann ist der Fußball tot. Dann ist der Fußball komplett tot. Dann ist ja für alle was dabei. ein Rahmenprogramm mit dem eingeschobenen Spiel. Dann muss man sich wirklich nicht mehr wundern, wenn keine Sau mehr kommt. Ja. Oder es gibt immer Cocktails, aber das glaubst du nicht erlaubt. Auch kommen Elbe. Gut, weiter. So, dann haben wir noch ein bisschen Buntes. Wir hatten ja letztes Mal, hatten wir es ja irgendwie mit lustigen Vereinsnamen. Das ist schon so lange her. Ich überlege gerade, was war denn da der Aufhänger eigentlich? Ei, die... Ach hier, Fulda. Genau, richtig. Barockstadt Fulda. Und, ähm, da hat eine, also, Fantasienamen kamen jetzt keine, aber es hat eine von dem SV Gumpoldia Gumpelstadt berichtet. Also, als du das da reingeschrieben hast in unser Dokument, wusste ich nicht, ist das jetzt ein lustiger, ausgedachter Fantasiename oder ist der echt? Der ist wirklich echt. Der ist tatsächlich echt. Ich habe nachgeschaut, die gibt's. Ich habe schon wieder vergessen, wo Gumpelstadt ist. Die spielen da bestimmt im Gumpelstadion, an der Gumpel oder so. Der erste Vorsitzende ist Gundel Gaukelein. genau. Da gibt's tatsächlich... Gundula Gause. Und bei dem... Ehrenmitglied. Bei dem lustigen Gumpoldia Gumpelstadt fiel mir da noch rein. Eigentlich auch ein großartiger Name, ist ja Wormatia Worms, ne? Ja. Doppel-Differ. Ja, genau. Und... Und dann auch noch, wenn du als englischer Ground-Hopper dann hinkommst. Genau, eine amerikanische Bekannte, die hat sich auch schon mal weggeschmissen in der Idee, weil die ja irgendwie Wormatia Worms. Da fand das aber wegen den Würmern dann halt so lustig. Okay. Aber das nur so am Rande. Dann haben wir hier noch so ein bisschen, wie sagt man so schön, Housekeeping. Nämlich, die Saisonspende ist abgeschlossen. Es sind am Ende von mir 83 Euro zusammengekommen. 76 Tore in der Liga, 3 im Pokal und 4 im Hessen-Pokal. Hätten gerne mehr sein dürfen, aber... Ja, waren schon ziemlich viel. Immerhin. Und die Sonja hat noch mal einmal einen Zehner dazu geschmissen. Ah, den muss man gleich noch geben. Ja, krieg's auch noch. Einen Zehner draufgelegt für einen Platzverweis von Rüdiger Rehm. Ja, das war sehr wenig, ne? Es hätte auch mehr sein können. Und diese zusammengenommen 93 Euro sind... Ich hatte hier sogar Christian Hock mit drin, der ist überhaupt nicht geflogen. Ah, stimmt. Richtig. Dann müssen wir das nächste Mal was anderes ausdenken. Bis zu 90 Euro. Ich dachte eigentlich, das wäre echt safe, die Wette. Ich denke, ich werde auch noch die ein oder andere Falltür einbauen, um das Ganze in die Höhe zu juchsen. Denn wir haben es natürlich einem guten Zweck gestiftet, ist ja klar. Und zwar haben wir uns an die Aktion von den Wochenrind-Rebellen, die wir hier auch schon das ein oder andere Mal erwähnt haben, dran gehängt, die ja ihren ganzen Kram, alles was sie so sammeln und erlösen, irgendwie durch diverse Auftritte und Lesungen und so weiter, das geht alles an die Neven Subotic Stiftung, die ihrerseits unter anderem Brunnen in Äthiopien bohrt und baut und betreibt und da quasi den Leuten direktamente hilft. Könnt ihr euch auch gerne mal, falls ihr das nicht kennt, mal anschauen, einfach mal nach Neven Subotic Stiftung googeln. Neven Subotic ist sowieso ein guter Typ, muss man sagen. Absolut, ja. Ich habe ihn damals ja ein paar Mal gehasst, irgendwie so bei den legendären Bayern-Dortmund-Duellen. Der war so unsympathisch. Aber davon ab, großartiger, großartiger Typ. Genau, da gehen also jetzt. Ihr dürft doch gern selbst was hinspenden, man kriegt dann auch sehr regelmäßig Post von denen. Also ich denke immer so, jetzt behaltet euch doch das Porto und schmeißt das noch irgendwie mit in die Kasse. Das habe ich nicht angekreuzt. Das ist ja irgendwie total niedlich. Ja, genau. Konnte man das wegkreuzen? Ich fühle mich immer so schlecht, wenn die mir so viel Post schicken. Ja, ich mag das auch gar nicht, weil wenn da irgendwie so für dieses Social Marketing da so viel Geld weggeht, das finde ich eigentlich gut. Ja, es ist ja niedlich. Ja. Ne, habe ich nicht angehackt. Dann der Endspiel, Endspiel sag ich, der Endstand im Tippspiel, so heißt es. Jetzt muss ich gerade mal mich einloggen. Dann können wir das nochmal verkünden und es wird dann demnächst auch wieder zurückgesetzt. die Gesamtübersicht. So. Gewonnen hat der Wino-Sohn. Ich weiß jetzt nicht, ob ich seinen echten Namen hier nennen darf. Datenschutzverordnung Röschenkraft. Ja, gut, ich meine, er hat alles abgegeben, als er da mitgemacht hat. Wenn ich vorher gefragt hätte, hätte ich das ja sagen. Hör mal Datenschutz, du kannst jetzt nachgucken, was er bei jedem Scheißspiel der Saison getippt hat. Das ist aber der Datenschutz auch schon daneben. Also Wino-Sohn hat sensationell mit einem Punkt Vorsprung. Einen Punkt Vorsprung vor der Sonja. Scheiß, alle Punkte. Ja, aber... Aber so bestimmt zwei Punkte, weil ich mal wieder ohne Spieltagssieg da durchgelaufen bin. Das stimmt. Genau, du bist die Einzige in den Top Ten, die keinen einzigen Spieltag so nicht mehr einen geteilten Spieltag sind. Ja, Konstanz ist das Zauberwort. Allerdings, ja, und das machst du ja schon seit Jahren. Über Jahre performst du da. Top drei, Top drei. Wobei der Wino-Sohn, der war auch schon, glaube ich, schon öfter mit da oben dabei. Klar war er auch, ja. Der tippt auch regelmäßig gut. Der hat jedenfalls das Trikot von Manuel Schäffler bekommen. Glückwunscher, dieser Stelle. Jawohl. Dann auf Platz drei der Guggemore Guggemermol. Mit deutlichem Abstand. Ja, ist schon ein bisschen Abstand, ja. Der hat ein Fernglas gewonnen. Ich bin gerade von der Uli-Höhnisch-Stiftung. Ich habe gerade überlegt, eingepackt in Wurst. Ob der sich tatsächlich gemeldet hat oder nicht. Ich glaube, dem habe ich letzten Saison schon in der her geschrieben. Ich weiß jetzt nicht. Ja, der tippt aus Spaß. Ja, ja. Wir tippen alle aus Spaß. Genau. Aus Spaß. Genauso wie auch noch einige andere da oben. Na ja, gut. Der Micha hat am Ende dann doch noch, nachdem du zwischenzeitlich weit hinter mir lagst, hast du dann doch noch dich bis auf Platz sechs noch gerettet? Oder bist du... Du verrätst meinen Namen? Ich bin unter einem Synonym da. Ah, okay. Nein, ich bin Sechster geworden als NNH. ja, das ist... Ja, wie sagen wir, zwei Punkte hinter Platz vier nur das natürlich. Aber hat an meinem Preis nichts geändert. Genau. Und ich bin auf Platz zehn eingelaufen. Interessanterweise ist unser 2 zu 1 Bot, der lange Zeit ja mit in den Top-Ringen unterwegs war, ist gegen Ende dann ziemlich krass abgestürzt. Und der ist jetzt am Ende nur Siebzehnter geworden. Hinter dem Dustin noch. Grüße. Ja, da kannst du mal sehen, Bots haben am Ende nie recht. Ja, aber ich fand das ins Experiment eigentlich ganz interessant. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt nochmal mache. Der war zwischendurch echt gut. Der sah mal danach aus, als könnte er das Ding gewinnen. Ja, also er hätte natürlich kein Trikot bekommen. Und auch ein paar. Also, wir haben übrigens noch ein paar Preise übrig. Wenn ihr da draußen das jetzt hört und ihr habt beim Tippspiel mitgemacht und ihr habt gesagt oder habt euch gar nicht gemeldet, weil ihr irgendwo unter Ferner liefen wart, keine Ahnung, Platz, 15 oder Platz 20 oder sonst was. Ist egal. Meldet euch. Wir haben noch ein paar T-Shirts und ein paar andere Sachen noch da. Die haue ich gerne raus. Die sollen nicht bei mir im Schrank ver... Was sagen wir? Stauben. Vermotten. Ja, in meinem Schrank verstoppen. Die Tour, weil Platz 26 vielleicht kann der noch was gebrauchen. Kann der noch was gebrauchen. Oder hier irgendwo ist auch hier... Tausch gegen Freibier. Die Omi 02, Platz 51. Hier der Taunusbauer auf Platz 48 eingelaufen. Sind das Leute, die überhaupt einmal getippt haben? Das ist der CJ. Der hat sich erst eingemeldet. Der hat sich erst kurz vor... Weil wir ihm erzählt haben, es gibt auch noch Reise, der hat sich erst kurz vor Saison... Also der hat gesagt, der packt das noch. Nein, aber damit er halt beim nächsten Mal auf jeden Fall mit dabei ist. Kriegt ein Feuerzeug. Ande Cop. Genau, so ein paar Kleine. Grüße. Alte Frau Grüße. Genau. Das ist die CJ. Das ist die Neuerhörer unserer kleinen Sendung hier. Ja. Was hat man sonst noch? Die Schnellbacherwette hat man schon geklärt. Dieses sensationelle Typ der Schnellbacher. Genau nach 10 Buden hat das Spiel eingestellt und im letzten Spiel gar nicht mehr mitgemacht. Genau wie ich. Keine Grüße. Eigentlich dann vertröstet auf das letzte Saisonspiel. Da hast du dann geschwächelt. Ich nehme meinen Preis dann auch im ersten Spiel in der neuen Saison. Ich bin dann... Wenn es denn dann... Wenn wir das... Ich komme aus dem Urlaub zurück. Wenn der erste Spieltag sozusagen terminiert ist... Du wirst dein Bier nicht kriegen. Also ich gehe eben noch ein bisschen aus dem Weg. Okay. Nein, also... Ist mir dann auch tatsächlich erst nachher eingefahren, weil ich es nicht in meinen Kalender eingetragen habe. Aber ich nutze ja noch einen aus Papier auch. Ich auch. Da ist nichts dagegen zu sagen. Und da habe ich aber ja noch nicht eingetragen, wann die neue Saison losgeht. Aber gut, egal. Wir kommen aus dem Urlaub wieder. Vielleicht fangen wir ja mit einem Heimspiel am zweiten Spiel daran. Du wirst es früher oder später in gebührender Form erhalten. Für die Hörer da draußen, die ihr nicht unbedingt einen Papierkalender ausschließlich verwendet, sondern vielleicht euch auch wenigstens zusätzlich für die Nutzung eines digitalen Kalenders erwärmen könnt. Wenn ihr mal auf stehblog.de geht und dann da oben gibt es einen Button, der heißt Spielplan. Und da drin ist ein Link, wo ihr euch den Spielplan auch als Kalender abonnieren könnt. Und dann kriegt ihr immer den aktuellen Spielplan aufs Handy. Den habe ich ja auch im Handy drin. Wie oft ich mir das offline schon aneignen musste. Aber ich habe meinen Urlaub unabhängig von meinem Handy gebucht. Und da habe ich dann ja auch erst gemerkt, dass da ja dann die dritte Liga... Aber gut, ich bin ja dann auch zwischendurch nochmal ein Wochenende weg, sodass ich diese Saison wahrscheinlich auch wieder mehr Spiele verpasse. Gunnar, du kriegst das Bier nicht. Wir sehen mich ja nie wieder nach heute Abend. Ich habe sie mit, warte, ich hole sie aus dem Auto. Hier, in meinem Kühlschrank. Nein, das kriegst du auf jeden Fall. Das habe ich mich in der Arena. Oder wir machen es beim Pokalspiel. Uh, schöne Überleitung noch. Wir nehmen ja ein Pokal teil. Ja. Wir wissen aber noch nicht, gegen wen es geht. Wir wissen nur, es geht nicht gegen Aue dieses Jahr. Und es geht nicht gegen Fürth. Genau. Und natürlich auch nicht gegen... Alles da drunter. Alles, was drunter ist. Ja, keine aus der Dritten natürlich. Nicht Paderborn und Magdeburg. Und auch nicht Kaiserslautern und Braunschweig. Genau. So, na, wir kommen. Die Auslosung dazu ist am, was habe ich geschrieben? Am 18. Juni? Mitte Juni meine ich, ja. Irgendwie sowas. Vorher nehmen wir nochmal auf. Mir ist doch der Pokal egal. Das ist eigentlich auch Thema für unsere Vorschau-Sendung. Die große Vorschau-Sendung. die Eintracht wäre schon schön jetzt. Genau. Hass-Rubrik würde ich sagen. Sparen wir uns auch. Ja, von wem von euch kam der Vorschlag? Willst du da noch was? Das war nicht von mir der Vorschlag. Von mir auch nicht. Micha, war das deiner? Ja. Da hat nämlich, da hat jemand meine Notizen überschrieben. Ich dachte, wir hätten das schon gehabt in den Stadion. Nein, das hatten wir noch nicht. Aber ich glaube, du meinst es ernst. Also, denk los. Ja, mich hat halt der Video-Greis genervt, weil den Kölnern ging es wahrscheinlich auch so. Und es ist halt wirklich so, dass natürlich gibt es da Regeln und es wurde jetzt erst eingeführt und so weiter und so fort und es ist aber nicht ganz klar, welche Szenen können denn überhaupt nochmal angesehen werden. Das ist eigentlich schon klar. Ja, aber es gibt dann halt Szenen, da melden sie sich. Guckt ihr das nochmal an und es gibt Szenen, da melden sie sich nicht. Also eine Abseits-Situation wird dann nochmal zurückgefiffen und was weiß ich. Und es gibt diese kuriose Geschichte, wo es ist Halbzeit, die Spieler kommen wieder aus dem Platz, wie du es ja auch gesehen hast. Und also es lief insgesamt sehr unglücklich und ich fand halt, wie gesagt, also beziehungsweise, was mich halt auch nochmal aufgeregt hat, war jetzt einfach beim Pokalfinale, wie gesagt, die Eintracht hat das gut gemacht, die Bayern haben es nicht gut gemacht, die Bayern haben hinten gelegen, aber sich in der Situation das Ding anzusehen und dann zu entscheiden, okay, kein Elfmeter, das ging halt dann bei mir überhaupt nicht klar. Ich meine, klar, den musst du auch erstmal reinschießen, dann gäbe es auch eine Verlängerung, dann kann die Eintracht trotzdem nochmal ein Tor machen, aber da kam mich halt überhaupt nicht klar, dass man jetzt sagt, okay, man hat den Videobeweis und der Schiri, klar, der muss es letztlich entscheiden und lässt es dann halt weiterlaufen. Ja, vorher ich meine, das einzig Gute daran ist, man hat sich vorher Gedanken gemacht, hat gesagt, okay, wenn der Videobeweis kommt, oh, dann die ganzen schönen Diskussionen, die sind nicht mehr da und es wird eigentlich noch viel mehr jetzt. Also, und für mich ist es einfach halt dann unverständlich, ich meine, die Bayern haben auch schon profitiert beim Pokalfinale gegen Dortmund, wo der Ball ja hinter der Linie war, aber da gab es die Technologie halt noch nicht. Es wurde halt so entschieden und dann ist das natürlich trotzdem ärgerlich für die einen und glücklich für die anderen. Nur wenn es dann halt nochmal angeguckt wird und er, wie gesagt, ausholt und halt einfach gegen den Schuh, weil er den Ball wegschlagen will, halt den gegen den Fuß tritt, nur weil er dann mit dem anderen Bein zuerst hinfällt, also ist halt für mich unverständlich und wie gesagt, gab es in der ganzen Saison noch viel mehr Beispiele, wo der Videobeweis eben für Diskussionen gesorgt hat und wann wird er angewendet und wann nicht und also im Ganzen eine weitere technische Neuerung, die aber ja, das Ganze tja, also man freut sich über ein Tor und dann heißt, ah, Videobeweis und ah, zack, zurückgenommen oder er guckt sich nochmal an, dann kann man sich nochmal freuen, also irgendwie so ein bisschen Ich habe mich bei drei Toren im Pokalfinale fünfmal gefreut, das fand ich gar nicht so schlecht, ja gut, das stimmt und ich meine, ich weiß schon was zum Wissen Genau, also man kann das sicherlich noch optimieren und ja, ja, uns als ich sag mal, wenn jetzt unsere Gemeinsamkeit als Drittliga-Fans, da betrifft es uns ja jetzt nicht Ja, wir sind knapp dran vorbei, ne? Genau, in der zweiten Liga wird es jetzt ab der kommenden Saison auch eingeführt, Aue freut sich, in der Relegation hätten wir es schon gehabt, da hätten wir zum ersten Mal in der Brit Arena Torlinientechnologie und Videobeweis gehabt, Ja, Paul Fernie wäre mit einem Riesen-Ständer rumgelaufen, auf Freude und Konrad rumgelaufen, Hier, meine Technik könnt ihr nutzen Ja, ja, das ist uns erspart gelieben, also in der dritten Liga ist es quasi noch pur und ich habe ja eigentlich nichts, also ich grundsätzlich mag hier das Videobeweis-Dinge und gerade dieses Paderborn-Spiel, wenn ich da dran wieder denke, wie viele Fehlentscheidungen da in einem Spiel waren und ich glaube, man muss sich so ein bisschen verabschieden von diesem Gedanken, den am Anfang alle hatten, so ja, dann wird alles ganz fair und alles richtig entschieden, diese Illusion hat diese Saison halt komplett genommen, das Ding ist, wenn man es nüchtern betrachtet, du holst immer noch einige Fehlentscheidungen raus, halt nicht alle und teilweise ist es dann auch einfach wieder diese Ermessenssache, ist das ein Foul, ist das kein Foul, wo dann der eine sagt auf jeden Fall, der andere sagt war nicht, abseits ist wieder eigentlich, sobald du eine Linie hast, die mathematisch korrekt ist, ist es wieder nicht verhandelbar, wo dann alle zum Beispiel bei diesem Wobei die haben sie bis heute nicht, diese Ja, ja, aber bei diesem HSV-Tor, wo es dann irgendwie klare Fernsehbilder gab, das halt knapp im Abseits steht, sagen dann wieder alle, aber es war doch so eine knappe Entscheidung, da darfst du ja doch gar nicht eingreifen und so, also da ist noch so viel Durcheinander einfach gibt in diesen Dingen, wo wirklich in der Halbzeit entschieden wurde, auch wenn es richtig entschieden wurde. Plus, dass halt die Kommunikation häufig halt ganz mies war, ne, anfangs Das ist ein bisschen besser geworden dann, ja, da haben sie mehrmals so im Prinzip die Regeln oder die Situationen, wann sie eingreifen oder nicht eingreifen, noch geändert, ohne dass auch die Öffentlichkeit wusste, Sie haben es ja am Anfang ja gar nicht sichtbar gemacht, ob da jetzt jemand eingegriffen hat oder nicht. Ja, genau, häufig wurde dann im Prinzip so überstimmt eigentlich und dann später haben sie ja dann öfter, dass dann der Schiedsrichter rausgelegt ist. Also ich glaube, die haben es krass unterschätzt in der Umsetzung und wir haben es aber auch, wir haben es überschätzt, glaube ich. Okay, man muss dazu sagen, es war halt offiziell auch noch als Test deklariert, ne, also es ist trotzdem scheiße. Erklär das mal den Kölnern. Ja, erklär das mal denen, denen es die Saison zerhackt, ja, war nur ein Test, ja, vielen Dank, dann sind wir jetzt testweise abgestiegen so ungefähr, Die zweite Liga muss auch noch mal attraktiver werden jetzt mit Sandhausen und Heidenheim nur, das reicht ja auch nicht. Ja, aber Heidenheim war halt ja der großartige Spielmacher jetzt. Ja, richtig, die haben einen von Bayern verstanden. Ja, genau. Wie heißt der noch gleich denn? Dorch, 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 Niklas Dorch, haben die sich ganget. Robert André schreit sich. Ja, der spielt auf der gleichen Position. Wir sind mal gespannt, wie das da ausgeht. Das werden wir beobachten. Ja, vielleicht. Ja, aber Du musst noch ein bisschen an deiner Wortwahl üben für die Hassrubrik. Du musst noch ein bisschen Feuer rein, glaube ich. Ah, okay. Aber Jetzt haben wir schon 34 Mal gesagt, irgendwie reden über das und das erst in der nächsten Folge. Ja, sag's doch noch mal, komm. Jetzt ist auch trotzdem gleich schon wieder zweieinhalb Stunden Wir haben ja noch eine nächste Folge. Genau. noch vor der WM. Noch vor der WM. Vielleicht. Wir rechnen damit ungefähr in zwei Wochen gibt's die große Vorschau auf 2018, 19 bei 20, 20, Ich glaube, weh mich mehr. Boom. Der hat mir eine Charme nach Moderation. Wenn du dich selbst machst, wird es müh. Fang doch nochmal, komm doch mal rein. Nein, also dann, wir wollen natürlich noch abwarten, dass es noch ein paar Neuverpflichtungen auch gibt und wann geht's, wann geht der Sommerfahrplan los, Mitte Juni? Ja, ich glaube, ins Trainingslager geht's dann irgendwie so in... Ende Juli geht ja die Runde los, von daher muss ich noch sechs Wochen vorbereiten. 18. Von daher müsste der Kader ja dann etwas genauer feststehen und dann ist das ein guter Zeitpunkt noch und dann gehen wir in die WM-Pause oder wie machen wir das? Genau. Urlaub. Urlaub, ja. Genau. So. Das war's mit Folge 24. Bis demnächst. Nicht geduschen. Tschüss. Ciao. Ciao. Ciao.